Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu dem Prestigeprojekt hier beim Tele-Stammtisch. Die Rede ist von den Recaps, die wir machen werden. Zu fast allen Folgen der vierten Staffel von The Boys. Einer Serie, auf die ich mich enorm gefreut habe. Fast so sehr, wie darauf, sie mit ihm zu besprechen. Er ist endlich da einer der Superhelden der Redaktion. Moin sind's du. Hallo, hallo, danke für die Einführung. Und danke für die nette Erwähnung in dem ersten Podcast, wo der liebe Johannes mit dabei war, der vielleicht ja auch mal später zu uns, um uns dazustoßen wird. Fand sich sehr interessant, was ihr zu sagen hattet. Ja, der hat Interesse vorgeheuchelt, hier an diesem Prestigeprojekt mit dabei sein zu wollen. Also The Boys, ich habe gerade überlegt, ich habe, glaube ich, alle drei Besprechungen der anderen Staffeln gehört. An irgendeinen habe ich auch teilgenommen. Ich glaube, die erste, da habe ich damals noch den Patrick befragt, wie der das fand. Der hat das in der Nacht- und Nebelaktion einmal durchgebingt, alle acht Folgen. Diesmal haben wir nur die ersten drei vorab bekommen. Andere tatsächlich die ganze Staffel, habe ich gesehen. Die US-Kollegen waren da ein bisschen besser versorgt als wir. Aber sag doch mal, du hast jetzt auch genau wie ich alle vier gesehen und hast Bock auf The Boys, oder? Definitiv. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass The Boys im Pool der aktuellen und populären Serien wirklich mein Favorit ist. Und um dich mal richtig zu schocken, weil du weißt ja, ich bin ja wirklich kein Comic-Leser. Aber es gibt halt zwei Comics, die ich gelesen habe. Das eine ist Watchmen. Das zweite, ich habe mir wirklich, ich glaube, nach der zweiten Staffel war es, die komplette Boys-Reihe durchgelesen. Das ist ja krass, ey. Ja, tatsächlich auch für das Publikum mal zur Info. Das ist wirklich eine gute Voraussetzung, weil dann hast du es wahrscheinlich noch ein bisschen griffparater als ich. Nicht wirklich. Denn ich habe die auch gelesen, aber es ist jetzt schon also ewig her. Und ich habe nur noch ganz marginal so ein paar Punkte im Kopf. Weiß aber, und das glaube ich auch kein Geheimnis, dass die eigentlich jetzt, also diese TV-Serie, die wir gerade bei Prime Video gucken können, dass die sich schon ordentlich von der Vorlage entfernt hat. Das hast du auch so in Erinnerung, oder? Ja, definitiv. Also gerade jetzt, ich nenne es mal, was da mit Noah passiert ist, finde ich ist im, ich werde mich jetzt gleich umlieb machen bei den Comic-Fans, aber ich finde die Serie auch besser als die Comics tatsächlich. Also es tut mir leid. Die Comics sind halt irgendwann nur noch wild, sage ich mal. Und die sind irgendwann vor allem so ein bisschen, ja, das ist halt einfach eine, wenn man so will, nicht unbedingt eine Hommage, also eine, doch schon vielleicht eine Hommage, weiß nicht, Blasphemie, wie man es nennen mag, was Superhelden-Comics angeht. Da werden halt immer wieder Figuren rausgefischt, die man kennt als Superhelden-Fan. Und dann wird da halt irgendwas Spannendes mit gemacht, und am Ende werden sie niedergeprügelt oder gelasert. Das ist halt so der Comic, soweit ich in Erinnerung hatte. Und für alle, die es gerade hören, noch der Tipp, je nachdem, wie zeitnah ihr das hört, ganz aktuell gibt es eine Möglichkeit, unfassbar günstig an die komplette The Boys-Reihe zu kommen, inklusive auch dieser Briefe an Debbie, heißt sie, glaube ich. Und zwar könnt ihr es digital erwerben auf Humble Bundles, eine Seite, die ich sehr empfehlen kann. Da gibt es für unverhältnismäßig wenig Geld, sehr viele geile Comic-Bundles. Und hier einmal komplett The Boys für, ich glaube, 13 Euro oder so seid ihr dabei. Dann habt ihr es halt digital, klar, es muss schon irgendwo drauf gelesen werden dann. Aber das ist wirklich eine tolle Option, um die mal alle zu haben, um sich mal einen Eindruck davon zu verschaffen, was die beiden Podcaster hier eigentlich die ganze Zeit so erzählen. Und das heißt, du hast dir auch die Besprechung von Teil 1 bis 3 mit dem Johannes zusammen angehört und hast da jetzt noch mal eine ganz andere Meinung oder stimmt sie uns weitestgehend zu? Was ich dir sagen kann, weil das war, glaube ich, einer der Punkte, der dich losgelassen hat, ist Anthony Starr, der Homeländer-Darsteller, dass der mal irgendwie verhaftet worden ist. Da kann ich Aufklärung schaffen. Er wurde verhaftet im Sommer 2022. Da hat er wohl bei einer Schlägerei in Spanien einen jungen Mann wohl sehr stark angegangen, verletzt. Und der hat tatsächlich eine Strafe bekommen, ein Jahr auf Bewährung. Und, glaube ich, 5.000 Euro oder Dollar Strafe. Und es gab wirklich kurzzeitig so die Befürchtung, dass Amazon gesagt hat, okay, wir haben so eine Null-Gewalt-Policy hier bei uns und deswegen fliegst du raus. Aber sie haben es Gott sei Dank nicht getan. Und deswegen, ja, da hat es recht. Also er hat mal was Bödes getan, aber es ist nichts Schlimmeres passiert, sage ich mal. Das wäre echt so eine Aktion geworden wie bei The House of Cards. Also The Boys ohne Tony Stark, also ohne den Homeländer-Darsteller, das kannst du nicht bringen. Ich glaube, das wäre sehr schwierig geworden. Was meinst du? Total. Ich bin ja ein Anthony Stark-Fan, seitdem ich ihn in der Serie Banshees gesehen habe, die ich auch sehr empfehlen kann, die auch wirklich großen Spaß macht. Und jetzt, wir werden ja gleich drüber reden, ich finde auch, dass jetzt in der aktuellen vierten Folge der vierten Staffel ist auch Homeländer auch wieder richtig stark. Also saustark. Er ist nicht die einzig starke Figur, aber ich finde, in dieser Folge war das schon so mein Highlight. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Absolut. Also das ist der Charakter, der sich über alle vier Staffeln hinweg am deutlichsten entwickelt, von einer Figur, die man erst für ganz eindeutig Superman hält, bis hin halt zur bösen Superman-Version, bis hin halt zu den Momenten, wo man auch in Teilen nachvollziehen kann, warum er tickt, wie er tickt, bis halt dann zu diesen völlig absurden und unverhältnismäßig krass brutalen Szenen, die ja dann auch in dieser Folge dann hier stattfinden werden, auf die wir auf jeden Fall zu sprechen kommen werden. Also auf jeden Fall eine der interessantesten Charaktere und Figuren, andere, die das Potenzial auch gehabt hätten, wie zum Beispiel Butcher, finde ich, kriegt das nicht so ab. Also er strahlt da schon deutlich raus und ich bin sehr gespannt, über was wir sprechen werden jetzt in unserem Recap. Zwei Sachen will ich auch noch mit reinstreuen, gerade zu Beginn, weil ich das einfach auch in der Besprechung der ersten drei Episoden schon zum Thema gemacht habe. Ist dir irgendwie, sind die optische Veränderungen bei Starlight aufgefallen oder bei Mother's Milk? Also bei Mother's Milk auf jeden Fall, da habe ich auch irgendeinen Artikel gelesen, und zwar, dass der einfach nur abgenommen hat. Ich finde, das sieht man, der ist nicht mehr ganz so bullig und bei Starlight, bei der Darstellerin Arian Moriarty, Toller Name. Warum heißt sich einfach Susanne Müller? Arian Moriarty. Ja, ich finde das halt echt, mir ist es in der Serie an sich schon aufgefallen, aber ich fand das jetzt richtig krass, weil ich gestern Abend so, man kennt das, man liegt im Bett und kann nicht schlafen und dann ist das Handy halt in den Griffweiten und man scrollt sich so durch TikTok, YouTube und Instagram. Und dann gab es halt so Promomaterial zu The Boys und dann war sie halt auch dazu gegen und da muss ich sagen, das sah halt echt, also jedem das Seine und wenn das ihre Entscheidung war, dann soll sie es gerne machen, aber sie sieht schon echt seltsam aus. Also sehr plastisch, sehr glatt alles. Das ist mir, wie gesagt, in der Promotion auch gefallen. In der Serie, ja, ich finde es halt in der Hinsicht irgendwie schade, weil gerade in den ersten beiden Staffeln ihre Chemie mit Yui, das hatte so was, so was, ja was Unschuldiges und jetzt sieht es halt wirklich aus wie so ein, ja, so ein Hollywood Barbie Püppchen und irgendwie passt das nicht mehr so ganz, finde ich. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie es schlecht spielt oder so, Gott bewahre ich mal, sie hat ja auch in der vierten Folge jetzt einen großen Auftritt, aber irgendwie, finde ich, stört es bei mir zumindest die Chemie zwischen Yui und Yui. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, absolut. Ich finde, dass sie nämlich quasi komplett weg ist. Das war eins der Themen, die ich mir für heute notiert hatte. Wir sehen in den ersten drei Folgen, dass so ein bisschen Interaktion da ist. Also sie lernt ja quasi fliegen mit ihren Kräften, das hat sie noch nicht so drauf und so. Das wird dann mal kurz zusammen gemacht. Er hält irgendwie, glaube ich, die Stoppuhr oder so, wie lange sie fliegen kann, keine Ahnung. Aber so genau genommen haben beide Figuren innerhalb dieser Staffel ihre mehr oder weniger eigenständige Handlung. Man könnte sagen, das Paar wird ein Stück weit getrennt. Die sind nicht getrennt. Und jetzt gerade in der vierten Folge kommt ja auch ein wichtiges Thema aufs Tableau, dass so eine Beziehung, Liebesbeziehung dieser Art natürlich in irgendeiner Form auch prägt. Aber ja, ich finde, dass das überhaupt nicht mehr rauskommt. Dieses Unschuldsthema, was du schon gemeint hattest, ist weitestgehend weg. Ist auch sehr schade. Und damit sind sie tatsächlich übrigens auch das zweite Pärchen, das auch irgendwie gar kein Pärchen mehr sein darf. Die Rede ist in dem Fall von Yui und von Kimiko, bei denen das auch so war. Wie meint Franchi, oder? Franchi, genau. Franchi und Kimiko, danke. Mit den Namen, ich kriege das hin. Da war das nämlich ähnlich, das hat der Johannes auch gemeint, dass die ja auch irgendwie so ein bisschen das Herz der Serie waren. Und da stimme ich ihm völlig zu. Auch das hat natürlich aus offensichtlichen Gründen, das wird ja auch zum Thema gemacht, auch das wird ein Stück weit rausgenommen. Aber ja, weil du es eben hattest mit Starlight, das ist, ich finde immer noch nicht, dass sie da noch nicht reif agiert, muss man schon einfach sagen. Und Aufhänger war ja der optische, die optische Situation. Also auch das, ich folge halt diesem Typen auf YouTube, der halt vor allem Promis analysiert, was sie wohl scheinbar mit ihrem Gesicht und Körper haben machen lassen. Und dann fällt es einem irgendwie ein bisschen wie die, ja, fällt einem wie die Schuppen von den Augen, glaube ich, sagt man. Das, ja, stört mich nicht. Es ist schon auch in Ordnung. Das ist nichts, was ich eigentlich groß zum Thema machen wollte. Jetzt habe ich es aber ausgiebig getan. Und jetzt ist auch alles gesagt an der Stelle. Wenn sie sich wohlfühlt, ist das cool für mich. Es gibt eine Figur, über die würde ich gerne noch reden, weil die halt unglaublich wichtig ist. Und ihr habt die ja auch in dem letzten Podcast angeschnitten, weil ich würde gerne über Sister Sage nochmal einmal ganz kurz reden. Ja. Das ist ja sowas wie die, bei Watchmen gibt es ja diesen Ozymandias, den schlauesten Menschen oder Mann der Welt. Und sie ist halt der schlauste Mensch. Sie sagt immer, der schlauste Mensch, nicht die schlauste Frau. Und ich habe mit ihr so meine Probleme, weil ich mir immer denke, sie ist halt einfach verfickte, also, um meine Wortwahl, sie, ich, es steckt an, Es steckt an. Ja, ja. Also, sie ist halt einfach der schlauste Mensch der Welt und wir erkennen auch sehr genau, dass sie halt auch Homeländer manipuliert, weil sie, sie bekommt ihn ja dadurch bezürzt, indem sie ihn halt sagt, du könntest Cäsar sein. Und wir wissen aber, wie Cäsars Machtschaft geendet ist, ja, ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe diese, ähm, ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, okay, sie macht da mit, aber sie macht, sie wird das so umdrehen, dass sie am Ende halt siegreich rausgeht, oder aber sie macht das einfach nur zu ihrem eigenen Vergnügen. Ähm, ich finde, diese Figur ist nicht uninteressant, aber ich habe für mich irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt schon weiß, wie es enden wird und das macht es für mich fast ein bisschen reizlos. Ich muss sagen, diese ganze Kraft, diese Ich bin der schlauste Mensch, macht sie ja fast schon so ein bisschen unnahbar, weil da müsste sie eigentlich genau wissen, was da noch alles passieren wird und was auf sie zukommt. Ähm, ich merkte das ja auch jetzt gerade, dass sie wahrscheinlich schon weiß, was Ageman vorhat, ähm, sie weiß, wie sie Leute manipuliert, siehe wie Deep und es ist zwar alles gut und schön, aber irgendwie stört es mich. Ich kann es dir nicht genau sagen, weil bei Watchmen der Ozymandias, der gewinnt ja auch. Und das ist ja auch relativ klar, weil er ist der schlauste Mensch der Welt. Es ist im Prinzip fast ja schon das Geilste, was du sein kannst, weil du bist einfach überlegen. Außer du hast natürlich Pech und Homeland hat einen schlechten Tag und lasert dich weg. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann es gerade nicht genauer beschreiben, aber ich bin mit dieser Figur noch so unschlüssig, aber sie ist halt sehr wichtig. Ich finde, sie ist gut gespielt, von dieser Susan Haywood, glaube ich, heißt die junge Dame. Aber irgendwie fehlt mir da eine gewisse Fallhöhe. Wie ist es bei dir? Ja, ist interessant. Ich finde sie aus zweierlei Punkten ganz interessant. Zum einen, um gleich mal das Thema Intelligenz aufzugreifen, es ist meines Erachtens eine andere Form von Intelligenz, als wir sie in unfassbar vielen, gerade aktuellen Superhelden-Comics auch sehen. Sie ist hier einfach nur sehr schlau. Sie weiß quasi alles, was man wissen kann. Aber ihr wird nicht, wie wir das zum Beispiel mit Reed Richards haben, dem schlauen, dem Stretch-Type hier von den Fantastic Four zum Beispiel, der bei Marvel quasi der schlauste ist, zusammen auch mit Tony Stark, der ist auch nicht ganz ohne, der ist immer auf eine Art und Weise schlau, die geht immer noch ein paar Level weiter. Der kann quasi aufgrund seines Wissens die Zukunft vorhersagen. Der kann Zusammenhänge herstellen, der kann Dinge erfinden, einfach aus dem Nichts. Der kann sofort quasi Sprachen lernen, der kann sofort sich in Technik einfühlen. All das kann der, das ist auf einem absurden Level schlau. Das habe ich bei ihr nicht. Sie ist einfach nur sehr unfassbar gebildet, hat wahrscheinlich eine große Menschenkenntnis und das ist auch so eine Erkenntnis, die ich im Laufe meines persönlichen Lebens getroffen habe, wenn ich Menschen treffe, die wirklich sehr schlau sind, zu denen zählen tatsächlich ja wirklich ein paar Menschen, also die wirklich nicht nur einen hohen Bildungsgrad haben, wo du einfach merkst, die haben auch eine zusätzliche noch, einfach auch vom Leben schon ein bisschen was mitbekommen, die sind sehr enttäuscht von der Menschheit im Ganzen und zwar gar nicht nur, weil sie die Welt in den Untergang treiben, sondern auch, weil andere Menschen sie tendenziell langweilen. Das lassen sie, weil sie auch schlau sind, natürlich nicht so raushängen, aber redet mal mit ganz, ganz besonders schlauen Menschen, die meinetwegen das auch schon in der, also wirklich, also unangenehm schlau sind, sag ich mal, die haben ganz oft so einen Aspekt, so einen Blick auf die Menschheit, der kein Guter ist, weil sie keine Herausforderungen mehr im Leben haben, weil sie letztlich gelangweilt sind, weil sie ja einfach nichts mehr haben, was eine spannende Interaktion darstellt und auf diesem Level ist sie, glaube ich, ein bisschen unsere Schwester Sage, sie ist aber nicht auf diesem absurden, ich kann die Zukunft vorhersehen Level, wie du es jetzt auch angedeutet hast, sie müsste ja wissen, was passiert, das glaube ich nämlich nicht, dafür ist vieles zu crazy noch in dieser The Boys Welt, genau, also das ist, glaube ich, glaube ich tatsächlich nicht, dass das jetzt der Punkt ist, aber das zum Thema Intelligenz und zum anderen natürlich ist es ja so faszinierend, weil sie Homelander ja quasi diesen faschistischen Weg ebnet, also sie gibt ihm ja voll und ganz, zumindest stellt sie ihm das in Aussicht, diese volle Kontrolle über alles, was da passieren mag und das ist natürlich interessant, weil sie als Person of Color, ja, tendenziell, das hätte man nicht erwartet, hätte ich nicht erwartet, was meine Klischees letztlich angeht, das sind die beiden Punkte, die ich bei ihr so faszinierend finde. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass sie so gespielt wird von der Darstellerin, sie wirkt halt immer so gelangweilt, so, also ich nehme es ja hin, dass so jemand wie Dieb und Homelander, die ja wahrscheinlich dafür gar kein Gespür haben, weil ihm die Empathie einfach fehlt, das kann ich bemerken, dass dieses Sister Sage überhaupt keinen Bock hat, aber um die herum gibt es noch so viele andere Leute, die doch eigentlich wirklich bemerken müssen, dass da irgendwas ganz, ganz Seltsames abläuft. Das gibt mir aktuell noch Rätsel auf und ich finde die Figur nicht schlimm, aber ich weiß es nicht, ich komme mit ihr noch nicht so richtig klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es denn intellektuell jemanden, der da mithalten kann? Ich glaube halt nicht, aber zum Beispiel die, wie heißt die Assistentin, die mit dem Haarausfall, die jetzt in dieser Staffel aktuell Ah ja, die ehemalige Geschäftsführerin. Genau, die jetzt nicht so viel zu tun hat, außer bei Homelander aufs Tod zu gehen. Ich glaube halt, dass die den Braten schon riechen könnte, einfach wie sich halt dieses Sister Sage verhält, weil sie manipuliert ja sehr offensichtlich. Also wenn ich so mit ihr umgehen würde, würdest du den Braten halt wirklich sofort riechen und sagen wir ehrlich, wir beide haben jetzt keinen IQ von 250, aber wir sind glaube ich empathisch genug, um zu erkennen, wenn uns jemand absichtlich irgendwo hinsteuert. Und das stört mich halt ein klein bisschen. Es ist mir zu, also The Boys ist in allem immer so ein bisschen übertrieben und auch sehr wild, aber da finde ich, ist es mir zu wild, also zu drastisch rausgestellt. Das hätte man vielleicht ein bisschen smarter lösen können. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es passt zur Serie, die ja auch trotz aller Übertreibung auch immer smart ist und hoffentlich auch bleibt. Absolut. Die schaffen es hier wirklich immer ganz interessante Aspekte mit reinzubekommen in die, einfach Kommentare auf aktuelles Geschehen, auf aktuelle gesellschaftliche Dinge. Jetzt waren es hier zuletzt die Verschwörungstheorien. Ich habe jetzt das Gefühl, das ist jetzt langsam auch erstmal zu Ende erzählt. Ja, ich bin sehr gespannt, über was wir uns unterhalten werden im Laufe der nächsten Episode. Wir haben vorher alles zu recappen. Kurze Frage, wusstest du eigentlich, dass es wirklich Fans gibt, gerade in den USA, die sich wohl jetzt beschwert haben, dass sie finden, dass The Boys mit der vierten Staffel zu politisch geworden ist und man sich fragt, haben die die letzten drei Staffeln nicht gesehen? Wirklich. Auf jeden Fall. Stormfront war eigentlich, die ist nur falsch verstanden worden. Ach ja. Ja, nee, also kann ich, was soll ich sagen, also US-amerikanische Fans, ich kann dazu nicht viel sagen. Dann starten wir doch einfach mal in die Serie, in die Folge, Folge vier mit dem Titel Mit der Weisheit des Alters und mein Vorschlag wäre, dass wir uns jetzt schon so ein bisschen, also durch die Folge arbeiten. Wir müssen sicherlich nicht hier Szene für Szene durchgehen. Das heißt also, wenn wir jetzt beginnen mit einer Szene und wissen, wie sie in folgenden Szenen weitergeht, können wir das sicher im Ganzen besprechen. Ich lasse die parallel laufen und würde das für mich persönlich mehr als Inspiration sehen, um einzelne Themen aufzugreifen, die mich beschäftigen. Ja, man kann ja es auch so machen, dass man immer erstmal eine Figur abhandelt oder eine Figur in Gruppe, weil wir haben ja in dieser Folge wirklich, dass die meistens immer, also ich glaube, Yui und Kimiko haben einen Part in der Folge. Wir haben dann ganz viel Homelander, der wie gesagt schon beste, muss ich sagen, Szene in der ganzen Folge hat. Und das muss man jetzt nicht irgendwie, glaube ich, von Szene zu Szene nachschmissen. Man kann es ja wirklich so im Paket abhandeln. Also das Homelander-Paket, das Friendship-Paket und das Yui-Paket. Ich weiß nicht, wollen wir uns das Homelander-Paket vielleicht zum Schluss aufheben, weil das ist ja schon, glaube ich, das Paket, das man am meisten, glaube ich, überreden kann. Ja, ich würde gerne das Paket aufgreifen, was in der Rolle überhaupt nicht stattfindet und es ist eigentlich, wenn überhaupt, nur ein halbes, ist gar kein Homelander-Paket, nämlich das Paket Ryan. Das würde ich gerne noch mit einbauen, der kommt nämlich nicht vor in der Folge und ich weiß noch nicht so genau, ob mich das stört, denn ich glaube, ich finde Cameron Cravetti, der den Ryan gibt, ist halt ein junger Mann, ich wünsche ihm alles Gute, aber er ist auf jeden Fall nicht der stärkste Schauspieler im Ensemble. Ich finde Ryan ist halt wichtig als Figur, so als Plot-Device, aber ich muss auch sagen, es gibt auch für mich interessantere Charaktere, die da gerade rumwuseln. Ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt gesehen haben, war halt in der dritten Folge, dass er das Homelander eben halt die Kekse nicht angeboten hat oder die Kekse dann irgendwann weggeworfen hat, mit denen er sie ja betäuben wollte. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich habe ihn aber auch nicht vermisst, Ryan. Der wird auf jeden Fall noch in weiteren Folgen auftauchen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, hier in der Folge wäre auch irgendwie Fehler am Platz, weil das ist halt eine Homelander-Folge. Und ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, hättest du es nicht erwähnt, hätte ich Ryan auch gar nicht, also gar nicht. Ja, genau. Das ist genau das Ding. Ja, das sieht ziemlich aus. Okay, das heißt, also wir werden die erste Folge jetzt tendenziell überspringen, denn sie gehört zum Homelander-Paket, denn da kriegen wir einen Einblick in Homelander's Origin. Und das wollen wir ganz zum Schluss dann uns als Highlight aufheben. Das heißt, wir springen da mal in der Reihenfolge auch ein bisschen vor. Eine ganz tolle, sich aufbauende Szene, über die ich mich freue, zu sprechen, wenn es soweit ist. Und dann geht es auch schon los, wir sehen erstmals unter der Dusche unseren Batscher, nicht Batscher, wir sehen Carl Urban, Billy Batscher, so rum. Und er duscht, er ist irgendwie ein bisschen verballert noch, er hat ja scheinbar, das haben wir in den letzten Ausgaben gelernt, eine schwarze Masse ums Gehirn rum. Da habe ich erst gedacht, es ist vielleicht einfach nur halt ein bisschen was kaputt gegangen und es sieht jetzt halt eben vermodert aus, keine Ahnung. und er fällt und liegt am Boden und hat einen Tagtraum, mit wem natürlich? Mit seiner verstorbenen Ex-Frau, mit der er so einige Tagträume hatte zuletzt. Ja, das stimmt. Er hat schon einen krassen Rücken, der Typ, das sieht gut aus. Ja, aber ich kann mal ganz ehrlich, ich meine, Carl Urban ist halt auch geil, also nur Homo, aber der vereinnahmt die Rolle halt. Und wenn ich halt überlege, der hat es halt geschafft, Judge Stratz zu seiner Rolle zu machen mit einem Film, der war bei Herr der Ringe dabei, ähm, der war bei Star Trek dabei und jetzt ist er bei The Boys dabei und er schafft es jedes Mal, dass man ihn auch immer als diese Rolle wahrnimmt und er hat ja auch als Butcher auch so einen Kultcharakter geschaffen, also dieses böse C-Wort oder F-Wort, je nachdem welche Fassung man guckt, das ist ja schon so geflügelt und ich muss sagen, normalerweise nerven mich Figuren, die so andauernd fluchen, aber ich finde, bei Butcher macht das auch irgendwie Sinn, das passt einfach zu seiner Rolle und ich glaube tatsächlich, ich brauche es nicht nicht unbedingt, dass er jetzt irgendwie gefühlt in jeder Folge dreimal mit seiner toten Frau redet, das brauche ich nicht, ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade, dass bislang dieser Joe Kessler hier, der Walking Dead Darsteller, wie heißt er nochmal, Jeffrey Dean Morgan, bislang ja auch mehr so pflichtschuldig aufgetaucht ist in den ersten zwei Fällen, da wird garantiert auch nochmal irgendwas kommen und wer es noch nicht weiß, er ist ja auch dem Tode geweiht, also er hatte dieses Compound-V gespritzt und hat jetzt irgendwie halt diesen Tumor da am Kopf, dem kommen ja gleich noch, ich, ich finde es, der macht das echt gut, also der spielt das wirklich toll, weil zum einen habe ich ein bisschen Mitleid mit ihm, zum anderen freue ich mich aber auch richtig drauf, wie viele Ärsche der noch treten wird und wir wissen ja mittlerweile, weil das die Boys mit der nächsten Staffel enden wird, also nicht abgesetzt, sondern wirklich enden wird, da ist diese Serie auserzählt, aber wir haben natürlich noch die Spin-Offs hier weitergegeben, also keine Sorge und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht auch Butcher dann zu Ende sein wird und ich, ja, das war doch auch schon so im Ende der Comics, da gibt es halt den großen Showdown, auf den es hinausläuft, vermutlich, und das ist im Comic zum Beispiel überhaupt nicht so der Fall, wird Ryan da ja auch eine wesentliche Rolle spielen in diesem Showdown, davon gehe ich jetzt schon noch aus, aber weil du gerade diese Rollenwahl zum Thema gemacht hast, ich kann ihn mir einfach nicht mehr als Pille vorstellen, er hat die Pille ja richtig gut gegeben, also ich bin der Star Trek Fan durch und durch, lieb das ja alles und das war auch eine ganz eigene und tolle Interpretation der Figur, aber wenn der jetzt da kommt, der fuck you cunt, ich boxe dir alle die Fresse weg und mache sonst was mit deinem Körper, wenn der mir jetzt plötzlich, keine Ahnung, hier mit dem, der Malgenerator meine Wunde auf der Haut reparieren möchte, also ich weiß nicht genau, also ob ich mir diesen Schauspieler nochmal eine Rolle des Pille überhaupt vorstellen kann. Aber das ist ja schon ganz cool, weil wir in den letzten nicht nur Folgen und auch Staffeln halt auch immer wieder so seine Vergangenheit so vorgesetzt bekommen mit seinem Bruder und seinem Vater und das macht den Butcher halt runder, aber er bleibt halt trotzdem ein Badass, das haben sie schon ganz gut gemacht. Ja, absolut und da fragte ich mich halt jetzt unter der Dusche, also er ist jetzt am abkaputt gehen, das haben wir jetzt über mehrere Folgen auch schon im Laufe der letzten Staffel mitbekommen, ich kann mich tatsächlich nur so punktuell noch an einzelne Handlungsstränge erinnern, ich habe übrigens auch das Gen V gesehen, das hatten wir zusammengesprochen, oder? Nee, tatsächlich, bei Gen V war es so, wir hatten auch da Screener und ich habe mich glaube ich da so reingezeckt und habe tatsächlich, warum auch immer, die ersten zwei oder drei Folgen gesehen oder irgendwo, wo jemand explodiert und bei The Boys, egal ob Spin-Up aber ich habe da nicht weitergeguckt tatsächlich und das habt ihr ja auch in eurem Recap der ersten drei Folgen gesagt, man braucht es auch nicht so und ich meine, ich habe von diesem Virus auch gehört, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich was Essentielles verpasst hätte, nur weil ich jetzt Gen V nur drei, vier Folgen lang gesehen habe. Nö, gar nicht, also ich will da auch vielleicht gar nicht weiter drauf eingehen, außer das alles, was wir schon in den ersten Besprechungen gesagt hatten, wir haben hier tatsächlich in Folge 4 auch ganz kurz eine Szene, wo wir die Figuren eingeblendet sehen und da gibt es so eine News-Meldung im Sinne von sie wären verschollen und weg und was ist nun los und ich bin wirklich sehr gespannt, wie man sich da mit der zweiten Staffel aufstellen wird, da wo jetzt einer der Hauptprotagonisten der Schauspieler leider verstorben ist. Ich bin sehr gespannt, was für eine Reise wir antreten werden und dieses Virus spielt jetzt im jetzigen Zeitpunkt auch keine wesentliche Rolle. Zurück zu Karl Urban, von dem es ja ausging, wir haben den jetzt da unter der Dusche stehen und wie gesagt, breiter Typ und da schlängelt sich irgendetwas, er sieht ein bisschen aus wie so ein Wurm oder was Vergleichbares, an seinem Rücken hoch, ein bisschen an der Wirbelsäule und geht durch ihn durch und das sieht schon irgendwie schräg aus und nachdem ich jetzt die ganze Folge gesehen habe, habe ich auch eine Theorie, was da abgeht. Ich auch, ja. Aber mich würde erst mal interessieren, was so deine Eindrücke sind, in welchem Zustand ist der eigentlich? Der will ja seinen Sohn auch retten und sieht aber auch, dass er da vielleicht nicht mehr die Zeit zu hat. Andererseits muss der schon noch bis Ende Staffel 5 durchhalten, sonst wird das nichts mit dem großen Finale. Also mal gucken, ob mich das noch lang genug überzeugt. Er darf sich jetzt nicht zwei Staffel lang da irgendwie so durchquälen. Das weiß ich nicht, ob ich das spannend genug fände. Ja, also meine Theorie ist halt echt, dass ich glaube, ist in der ersten und zweiten Folge, wo halt Homelander zu Butcher sagt, was ist das für eine schwarze Masse, die da um den Hirn... Ja, genau. Und ganz ehrlich, ich hatte da jetzt das Gefühl, das ist so Butchers Venom, was wir dazu bekommen. Vielleicht, dass dieses Compound wie irgendein Tumor oder so halt lebendig gemacht hat. Wir kommen ja gleich zu einer Szene, wo das angedeutet wird. Und natürlich könnte es sein, dass dadurch vielleicht auch sein Verfall ein bisschen aufgehalten wird, weil halt eben dieser Tumor dann vielleicht außerhalb ein bisschen agiert. Ich muss auch sagen, ich fände es ganz cool, wenn er jetzt nicht zu schnell verfällt. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn es in dem Tempo weitergeht, dann ist er in Folge 6 dahin. Auf der anderen Seite können wir mal hier Grüße machen an die Kollegen vom House of the Dragons Recap-Podcast. Da war es ja auch so in der ersten Staffel, dass der König irgendwie in Folge 1 todkrank war und trotzdem bis Folge 8 noch durchgehalten hat. Ich glaube, die finden Mittel und Wege. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Butcher wirklich stirbt in dieser Staffel. Und wenn er stirbt, dann haben wir garantiert so einen Wiederauferstehungsmoment in der finalen Staffel. Also sie werden irgendeinen Weg finden. Sowieso Zeit ist relativ, auch bei The Boys. Ja, ist ja auch einer der bekanntesten Schauspieler im ganzen Cast. Denken mir nicht, dass wir den einfach so gehen lassen werden. Davon bin ich auch überzeugt. Ich finde es cool, dass du sagst, eine Art Venom. Das ist nochmal ein Aspekt, den habe ich so nicht gesehen. Ich habe eine abgewandelte Form davon gesehen. Er hat ja immer, also ich denke auch, dass es dort irgendetwas in ihm gibt, das offensichtlich, und wir wollen das ja in Blöcken besprechen hier, das heißt also, es gibt später eine ganz Szene, wo er Blackout hat und innerhalb dieses Blackouts löst er halt eine, also quasi ein Kampf stimmelt statt und er wacht wieder auf nach dem Kampf. Das kennen wir genau in der Form übrigens auch von zum Beispiel Moon Knight bei Disney Plus und anderen Superhelden. Da ist es relativ ähnlich auch. Und mein Ansatz ist, meine Theorie ist, da wächst irgendwie ein schon eigenständiges Lebewesen in ihm heran. Meinetwegen auch Venom und dieses Lebewesen manifestiert sich aber irgendwann als seine Frau. Oh, das ist gut. Beziehungsweise es nimmt die Charakteristika an von der Frau, die er sich eh schon die ganze Zeit einbildet. So hätten wir die Schauspielerin auch wieder mit an Bord, die wir jetzt hier sowieso immer als Tagtraum sehen und so könnten wir theoretisch auch ein Happy End bekommen, mehr oder weniger zumindest, mit einer Superheldenfrau, unserem mehr oder weniger am Leben steinenden Butcher und Ryan. Aber ganz ehrlich, ich finde die Idee mit der Tumorfrau großartig, die gefällt mir mal richtig gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass The Boys eine Happy End Serie ist. Also nicht für die Figur des Butcher. Also das wird eine Happy End Serie werden für Yui, da bin ich mir sehr sicher und für Mother's Milk und für Frenchy vielleicht und für Kimiko, aber nicht für Butcher. Also für mich ist schon jetzt sicher, Butcher wird sterben. Die Frage ist halt nur, wird er als Held sterben oder als derjenige, der Homelander wirklich endgültig besiegt hat oder wird er einfach irgendwo zermatscht wie ein Stuntman an der Wand kleben? Das ist glaube ich die Frage. Aber für mich ist relativ klar, dass Butcher, der wird sterben. Also am Ende der fünften Stunde. Ja. Das geht schon aus. Wir wollen ja, also ich kann meine Park-Homelander dann ja auch nicht zurückhalten, da ist das ja auch in der finalen Szene ein sehr finaler Kampf, so viel kann man sagen. Das könnte ich mir dann schon vorstellen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Im Zweifel ist er derjenige, der wirklich Homelander kaputt machen konnte und vielleicht auch gegenüber einer Presse und einer Öffentlichkeit. Der Böse ist ja den Homelander und so, aber im internen Kreis, wir Zuschauenden, wir wissen es besser und wir wissen dann, dass er eigentlich wirklich ein Held war. Das könnte schon durchaus sein, ja. Okay. Ja, dann geht's weiter. Wir werden durch die Szene ein bisschen springen und dann gucken, in welche Richtung das geht. Mit der Szene mit Yui. Er ist wieder im Krankenhaus und offensichtlich müssen jetzt hier die Sonden entfernt werden bei seinem Vater. Das ist ja auch irgendwie ganz cool. Stell dir mal vor, du bist Simon Peck und du kriegst die Aufgabe, hier willst du nicht in Staffel 4 mitspielen, weil eigentlich ist alles hier, das wäre schon auch ganz cool und so und die Comicvorlage, die basiert ja auch darauf, dass man ihn quasi zur Vorlage hatte, als man ihn gezeichnet hat und deine Aufgabe ist es, dass du hier mehrere Folgen am Stück, jetzt schon mal vier, also rumliegst und man sieht auch nicht alles von deinem Gesicht, weil es halt eine dicke Maske drauf. Also das ist so ein Paycheck, den hat die auch mitgenommen, glaube ich. Ja, ich muss auch sagen, ich mag Simon Peck sehr, aber ich finde es interessant, worauf es hinausläuft, weil es am Ende sind ja, sind es ja zwei Fragen, die essentiell sind. Also kurz zur Erklärung, er hatte einen Schlaganfall, nicht wahr? Und die Mutter, also seine Ex-Frau, mit der Yui da jahrelang keinen Kontakt hatte, hat halt das Recht bekommen vom Vater, den Stöpsel zu ziehen und Yui möchte das nicht und Yui besorgt sich ja dann, wenn wir gleich darüber reden, dieses Compound V und am Ende der Folge ist er ja da am Krankenbett und dann überlegt, ob er das spritzt, aber tut es dann doch nicht. Und dann geht er, glaube ich, weg und dann kommt seine Mutter rein und dann, man sieht es ja nicht, wird dem Vater halt irgendwie von irgendjemandem diesen Compound V verabreicht. Also entweder hat es Yui doch gemacht. Von der Mutter, die hat ihm das gerippt halt, oder? Das glaube ich halt auch und die Frage ist halt, wieso macht sie das? Weil die Mutter, ganz ehrlich, du kannst mich erzählen, dass diese Mutter einfach nur da ist, damit es ein bisschen Konflikt gibt im Krankenhaus zwischen Yui und ihr. Das ist mir zu wenig. Ich glaube nicht, das ist nicht The Boys. Da muss doch irgendwas kommen. Redemption Arc, die will wieder die Familie vereinen. Das kann natürlich sein. Also die Frage ist natürlich, warum hat sie es gespritzt, wenn sie es gespritzt hat? Wer ist sie wirklich oder was ist ihre Intention, ihre Absicht, ihre Motivation? Und dann ist natürlich die große Frage, was passiert mit dem Vater, wenn er jetzt aufgewacht ist? Welche Superkraft hat er? Wir wissen ja, im The Boys-Universum ist es ja auch so, dass du jemanden hast wie Firecracker, so, guck mal, ich kann schnipsen und funken machen, ja geil. Und natürlich, du kannst dann Leute weglasern. Ich bin gespannt, was Yui's Vater für eine Kraft bekommt. Ja, oder dieses Mädchen da von dieser Präsidenten, Vizepräsidenten da, die einfach so komisch, so Alien-Schädel-mäßig die Leute wegrippen kann. Das ist auch, ja, das passiert alles in The Boys, das stimmt. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich muss sagen, das hatte ich ja in der Besprechung von der ersten Episode schon gesagt, dass das nämlich der Arqa, der mich bis jetzt am meisten einfach gelangweilt hat, ja, der seine Yui's Beziehung zu Firelight, Firelight, Starlight, Starlight war es genau, das ist scheinbar erstmal ein Stück weit zurückgestellt. Er kriegt seine eigene Geschichte, die auch völlig neu ist, die so in den Comics nicht stattfindet. Da ist er halt im Krankenhaus, trifft auf diese Mutter, die auch so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Tatsächlich hast du recht, es könnte wirklich noch recht spannend werden mit der, weil das war insgesamt der Arqa, der mich am meisten, nun ja, vielleicht sogar gelangweilt hat. Wenn da jetzt noch was kommt, eine Interaktion, ich meine, wir haben ja eigentlich die Situation, dass der Vater mehrfach versucht hat, sich bei Yui zu melden und wollte einen Kontakt herstellen und wahrscheinlich einfach mal sein Krankheitsbild präsentieren und mal ein bisschen über die Zukunft reden. Und Yui hat aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht kenne und nachvollziehen kann, den Kontakt da nicht gesucht. Dabei habe ich eigentlich gedacht, die haben einen guten Draht zueinander und da passiert jetzt vielleicht irgendwas. Was? Ja, ganz spannend. Ob vielleicht, ob der vielleicht eine Kraft kriegt, die im finalen Showdown wichtig wird? Ich fände es ja geil. Ich glaube es nicht. Ich glaube wirklich, dass Simon Peck mit wahrscheinlich der teuerste Darsteller ist, den die gerade haben. Ich meine, der macht es wie gesagt gerne. Das ist ja natürlich auch eine nette Geste, weil er wie gesagt ja auch zum The Boys Franchise, also in den Comics, dazugehört. Was ich eben auch noch spannend finde, ist, wenn ihr jetzt erwacht, man hat Superkräfte, das fällt natürlich auf und dann wird natürlich Fragen gestellt. Da wird natürlich Fragen gestellt, warum kann dein Vater, der gerade eben so gut wie tot war, ist jetzt quicklebendig und kann Leute weglasern, ja? Und das könnte natürlich auch sein, dass jetzt Aufmerksamkeit dann auf den Vater gelenkt wird, was ihnen in Gefahr bringt. Also ich, das ist ja auch so eine Methodik von The Boys. Sie versuchen es besser zu machen oder es irgendwie gut zu machen und dadurch verschlimmern sie es halt nur. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es echt böse für den Vater endet. Das wird bestimmt irgendeine voll lustige Superkraft. Der kann dann so Ballons, Luftballons schießen. Das glaube ich allerdings auch, ja. Ich glaube, die Chancen nehmen sich nicht, irgendwie da irgendwie so etwas total Bescheuertes rauszumachen. Aber warum nicht? Was wissen wir eigentlich von der Figur? Sie ist scheinbar geschieden, alleinerziehend gewesen, aber wissen wir irgendwas über Hobbys, Lieblingsessen? Wissen wir irgendwas? Wir haben noch wieder seit einem Videocall, aber eigentlich wissen wir gar nicht viel von der Figur, oder? Was dann auch da irgendwie Rückschlüsse geben könnte auf die Superkraft? Nee, ich glaube, in der ersten Staffel war er auch nur so ein Gast da für ein, zwei Folgen und dann war er lange Zeit raus und tauchte dann mal hier und da wieder auf. Ich glaube, in der ersten Staffel wird irgendwas erzählt, dass er mit Yui so Rituale hat, dass sie immer die gleiche Serie und mit irgendwie Macaroni und Cheese essen, irgendwie sowas halt. Also ja, im Prinzip ist alles möglich. Was natürlich geil wäre, ist, wenn er sich dann verwandeln könnte in die Frost. Das wäre natürlich super toll. Das ist ein Comic, The Cross meinst du? Nee, sein Partner aus Shaun of the Dead und Hot Fuzz. Ah ja, okay. Nächste Szene, nächstes Light. Es ist das Aufeinandertreffen von Starlight und Jim Beaver gespielt von Robert Singer gespielt von Jim Beaver. Ist das der Präsident? Ja genau, das ist dieser Präsident, der ja weiß, dass die Victoria Newman die Köpfe platzen lassen kann und der ja eigentlich hoffte, dass Starlight ihm helfen kann und ja, ihr ja jetzt verstehen geht, hör mal, das läuft gerade echt richtig scheiße und du baust hier echt gerade, also es läuft nicht gut und im Laufe der Folge werden wir dann herausfinden, das wird auch nicht besser werden. Das ist wieder so ein Arc, da weiß ich noch nicht so genau. Da weiß ich genau, am Ende lasert der Homelander einfach den Präsidenten nieder und macht sich selber zum Präsidenten. Das weiß ich jetzt schon. Ja, ich finde ich noch nicht so spannend. Ich finde halt dieses Victoria Newman echt sau interessant. Also ich finde die gut gespielt, die hat, die wirkt total nett, aber wenn man weiß, was sie für eine Power hat, das ist, also ich mochte die Szene in der ersten Folge der vierten Staffel so gerne, wo dann Yui versucht, sie mit Säure irgendwie sie zu besiegen und wie sie darauf reagiert, ist halt einfach köstlich gewesen und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht so das, das Stöckchen sein wird, was vielleicht dann letztlich dann doch Homelander zu Fall bringt, weil letztlich ist sie ja auch ein Machtmensch. Also ich bin mir auch unsicher, was besser wäre, Homelander, der an der Macht ist oder sie. Ich glaube, es ist beides nicht so gut. Pest und Cholera. Ja, ist interessant. Ich finde es halt so interessant, dass sie auch bereit ist, ja über, also die geht über Grenzen. Die hat ihr eigenes Kind mit diesem Compound V infiziert. Das ist in der Welt von The Boys vielleicht gar nicht so besonders, aber ist die individuelle Entscheidung, mein Kind tendenziell auch zu töten, die ist dann schon eine besondere. Und die ist ja dann gleichzeitig ist die Kleine auch so eine Art Leibwächter dann wiederum von der Vizepräsidentin Victoria Newman. Also ja, ich bin auch gespannt, was da kommt. Ich glaube, dass die Verhältnisse unter Victoria Newman gesitteter wären als unter Homelander. Der ist für mich so ein bisschen für alle, die das kennen. Da gibt es dieses Computerspiel von DC. Oh Gott, hilft mir, Injustice. Injustice. Da gibt es letztlich auch einen bösen Superhelden. Dazu gibt es ganz viele tolle Dinge, die man erzählen könnte. Ganz tolle Geschichte außerhalb der regulären DC-Kontinuität. Da haben wir auch einen quasi bösen Superman. Und da stelle ich parallel her zu Homelander, der, glaube ich, dann einfach das komplette Chaos ausbrechen lassen würde. So ein bisschen, wie wir das auch sehen bei zum Beispiel The Invincible. Also ist ja auch diese Superhelden-Serie auf Prime Video, die von Robert Kirkman geschriebene Comicserie, die ja auch ihre eigene Animationsserie bekommen hat. Und auch da gibt es Aspekte und Variationen der Figuren. Und da ist auch eine dabei, die uns böse Alternativen präsentiert von unseren Superman-ähnlichen Figuren. Und auch das würde ich mir hier unter Homelander vorstellen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal im Rahmen von Einfach, weil es lustig ist, mal einen Clip bekämen, eine Szene bekämen, die spielt so, keine Ahnung, was weiß ich, 50 Jahre in der Zukunft oder nicht mal 30 Jahre in der Zukunft. Wir haben einen Ryan, der ist irgendwie so eine Art Superhelden und macht so sein Ding, aber leidet unter seinem Vater und sein Vater Homelander terrorisiert einfach die ganze Menschheit einfach, weil er Bock drauf hat und gelangweilt ist von ihr. Das fände ich ganz cool. Also kurzum, ich glaube einfach, dass das bei Victoria weniger stressig wäre für die Menschheit. Oder du machst es halt so wie bei Invincible, dass es halt Omni-Man aka Homelander ist und Invincible ist halt Ryan. Das ging natürlich auch. Und was ich ja nicht vergessen darf, ist ja, dass in den Comics von The Boys ist ja so, dass Noir ja eigentlich ein Klon von Homelander ist. Ja. Ich finde es aber ganz cool, dass sie das hier wahrscheinlich nicht machen. Also der Showrunner, dieser Eric Kripke, hat auch in meinem Interview gesagt, dass er auch von diesem Plottwist in den Comics kein Fan war und ich fand die auch nicht so geil, diesen Twist. Aber ja, es gibt viele Möglichkeiten. Aber aktuell, ich glaube einfach, dass du, dass die New Man auch wichtig wird, aber ich glaube, wenn es wirklich darum geht, final Homelander zum Fall zu bringen, ich glaube, das kannst du den Boys nicht wegnehmen. Das müssen, glaube ich, schon die machen. Sonst wäre es dramaturgisch, glaube ich, nicht so geil. Ja, das müssen die schon machen. Hat Mother's Milk, ich glaube, der hat in den Comics, hat der einen Moment, wo der zu seiner Mutter geht und seine Mutter ist, das will ich jetzt hier nicht vorwegnehmen, weil das ein ganz tolles Erlebnis ist, aber der hat einen ganz besonderen, also es ist ein perverser, absurder Moment mit seiner Mutter, weil die Mutter selber eine ganz besondere Person darstellt. Und nach diesem Moment hat er zeitweise, glaube ich, Superkräfte. Das geht auch wieder weg und so, aber ich glaube, das werden wir hier nicht sehen. Insofern, ja, glaube ich auch, dass es wohl auf Bachelor vs. Homelander hinauslaufen wird, weil du gerade den Black Noir erwähnt hattest, der ja in der letzten Staffel gestorben ist und jetzt wieder da ist, das finde ich ja faszinierend, also die haben natürlich denselben Schauspieler wiedergenommen, um die Figur zu verkörpern, den Nathan Mitchell und jetzt kann er halt sprechen. Das ist für so einen Schauspieler, dessen Gesicht man schon nicht gesehen hat, schon mal zumindest so ein Ansatz, dass man schon mal nicht die Stimme hört, das, sage ich mal, macht sein Autogramm auf Comic-Convention sicherlich ein Stück weit wertvoller. Also es freut mich für ihn und ich finde es ja auch irgendwie ganz amüsant, weil dieser neue Black Noir ja irgendwie schon, man merkt ja, er ist ein bisschen unterfordert oder überfordert damit, dass er halt nicht sprechen darf, ja, dass das macht schon viel aus, finde ich. Das doch, dass das, also ich bin gespannt, ich kann mir auch vorstellen, dass die, also entweder behalten sie es einfach für sich und er wird niemals geoutet oder gezeigt, obwohl er redet, oder aber sie machen draus irgendwie noch so einen großen Reveal und dann kommt irgendwie raus, ist dann doch noch irgendwas Besonderes, aber Hauptsache, also das Wichtigste für mich ist, dass nicht rauskommt, dass er der Klon von Homelander ist, das fände ich nämlich irgendwie unpassend, denn ich finde halt, wenn du so einen Reveal hast, dann musst du aber auch irgendwie wirklich schon ein paar Mal gezeigt haben, dass es Klonen gibt in dieser Welt und das ist mir bislang nicht rausgestellt worden. Es gibt viele in dieser Welt, aber Klone gehören nicht dazu. Absolut bin ich völlig bei dir, ich denke auch, dass es Cloning in irgendeiner Form hätte schon zum Thema gemacht werden müssen, als das dann irgendwie nachdenklich dann noch so reinzubringen. Ich bin ja so ein bisschen drüber nachdenken, finde ich den neuen Black Noir übrigens auch ein bisschen langweiliger als den alten. Der Alte, der war natürlich immer so einer, der hat tatsächlich, das war wahrscheinlich eine der letzten Figuren, die, auch wenn man das vielleicht reininterpretiert hat, weil er eben nichts gesagt hat, aber schon derjenige war, der ein Stück weit noch auf Augenhöhe mit Homelander agiert hat und das sieht man ja auch im Moment der Tötung durch Homelander, dass da noch ein paar mehr oder weniger für seine Verhältnisse nette Worte dann kommen, weil das halt ein Vertrauen da ist, ich will nicht gleich von einer Freundschaft reden, aber irgendeine Art von Vertrauen war da und das hat die neue Figur natürlich in der Form jetzt nicht, weshalb das natürlich, ist ja alles ganz cool und nett und ich finde das alles toll, wie man es gemacht hat, aber ein Stück weit würde ich verstehen, wenn man dem alten Black Noir hinterher traurte. Ich meine, hast du dieses Spin-Off gesehen, Boys Diabolical, diese Kurzfilmsammlung, die es da gab? Leider nicht, die fehlt noch. Okay, weil da gibt es halt eine Folge, wo gezeigt wird, warum oder wie diese Freundschaft zwischen Homelander und Black Noir zustande gekommen ist, weil Black Noir halt Homelander so gedeckt hat bei seinem ersten Solo-Einsatz, der halt gründlich schief gelaufen ist. Also das, also das, das kann man sich angucken, da gibt es auch bei Diabolical, by the way, um nochmal kurz auf Botschaft zurückzukommen, auch eine Episode, wo es halt auch so einen Superhelden-Tumor gibt. Also auch das scheint wohl ein bisschen Foresharing gewesen zu sein, eventuell jetzt für die vierte Staffel. Ja mega, da freue ich mich, das noch zu sehen. Da habe ich Bock. Worauf ich auch Bock hatte, war die Geschichte, die uns dann zusammen mit Frenchie erwischt. Das hatte ich ja auch schon zum Thema gemacht. Frenchie ist ja ein bisschen in der Situation und es wird hier auch aufgelöst tatsächlich zwischenmenschlich. Frenchie hat also jemanden kennengelernt, mit dem er sich statt offensichtlich verliebt hat. Da geht was, die mögen sich, aber Frenchie hat ein dunkles Geheimnis. Erste Frage, war dir nach Sichtung der letzten Staffeln bewusst, welche, wenn man das einordnen kann, also wie die Sexualität von Frenchie aussieht? Wusstest du das? Nein, sie war mir auch relativ egal. Ich muss aber gleich vorweg schicken, wenn es für mich einen Schwachpunkt gibt, ist es gerade, was sie mit Frenchie machen. Denn ich finde es okay, dass er nicht romantisch mit Kimiko verwandelt ist, das ist okay für mich, weil das ist auch so eine Art Power Couple, so ein Freundschafts-Power Couple, das funktioniert super, aber es nervt mich wirklich jetzt in den ersten vier Folgen dieser Staffel, dass der so wenig mit Kimiko zu tun hat und so viel mit dem Colin. Ich finde, das ist so draufgezwängte Tragik, die sie mir gerade da präsentieren. Ich finde, Frenchie ist eigentlich immer einer meiner heimlichen Lieblinge gewesen, halt vor allem im Doppel mit Kimiko und das vermisse ich gerade echt. Also nichts gegen Frenchie, ich glaube, der Darsteller ist vielleicht immer ganz froh, dass er mal was mehr zu tun bekommt, außer Kimiko hinterher zu trotten und diese französischen Akzente von sich zu lassen. Aber ich muss sagen, ich fand es bislang echt ziemlich ermüdend und wenig ergiebig, was mir da geliefert wird. Wie war es bei dir? Ja, ich kann auch, soweit ich die Serie oder die Comics noch in Erinnerung habe, da tatsächlich mal die Comics empfehlen. Die sind nämlich an der Stelle wirklich noch ein ganzes Stück ergiebiger. Also die Figur ist noch ein Stück weit absurder, ein Stück weit überraschender und ich glaube auch, dass die Figur der Kimiko da noch spannender daherkommt. Also soweit ich es in Erinnerung habe, würde ich da auf jeden Fall die Empfehlung geben, hier die Comics zu lesen, wenn einen diese Figuren sehr interessieren. Was nicht bedeuten soll, dass mir Frenchie jetzt in irgendeiner Form nicht gefallen hätte. Es ist nur tatsächlich so, dass es halt, also, da muss jetzt schon noch mal was kommen, damit das in irgendeiner Form besonders spannend wird. Und okay, Sexualität war kein Thema, ist ja auch in Ordnung und auch nicht selbstverständlich, dass man über jeden Sie haben auch keine Chemie. Warum auch? Das habe ich gesagt. Das könnte man schon sagen, es sind zwei hübsche Jungs, die sich sehr gerne haben. Okay, absolut. Aber, ähm, was mir nicht so klar war, ist, dass Frenchie so ein, also er war schon ein Bad Boy, er hat Drogen genommen und hat bestimmt noch mal die ein oder andere Person getötet. Aber dass er so Auftragsmörder war und auch so Familien hingerichtet hat mit Kindern, also das Ausmaß, das war mir nicht bekannt. War dir das klar? Also ich hatte noch in Erinnerung, dass es schon so ein, wenn man aufgepasst hat, in der Vergangenheit schon rauskam, dass er halt mal ein Killer war und ein Auftragskiller. Aber so drastisch, wie es jetzt halt in der Folge jetzt dargestellt wird, wo er irgendwie die Geister seiner Opfer ihn verfolgen, das war mir auch neu. Es passt auch irgendwie nicht für mich. Also es ist nicht, also ich klinge jetzt ein bisschen hart, aber das ist nicht mein Frenchie. Weißt du? Mein Frenchie ist, ist so ein bisschen der, der Go-To-Guy. Also der kann irgendwie alles und ist immer zur Stelle und hat auch, also ich weiß nicht, ich verbinde mit dem er hat keine Tragik irgendwie. Ich möchte Frenchie irgendwie nicht so leiden sehen. Das passt für mich, diese Figur nicht, weil ganz ehrlich, gerade in dieser Staffel oder in dieser Folge hat ja jeder irgendwas mit der Vergangenheit zu tun. Ja, wirklich jeder. Du hast Butcher, der seine tote Ehefrau sieht. Ja, du hast hier Mavas Milk, der irgendwie bei seiner Ex-Frau mit ihrem Anwandeln ist. Du hast Homelander mit dem Labor. Du hast ja Starlight, wo ja auch rausgekommen ist, dass sie früher mit Firecracker mal was hatte. Du hast dann die Mutter von Yui. Alle haben was mit der Vergangenheit zu tun. Gut und schön, das ist mir aber einfach zu viel und ich glaube, ich hätte es sehr genossen, wenn zumindest Frenchie einfach Frenchie geblieben wäre und einfach mit Kimiko durch die Lande zieht und Leute massakriert, so hart es klingt. Und dann nimmt er halt mal irgendwann auch mal wieder Drogen, wie in einer der letzten Folgen und dann haben wir da halt diese Szene mit irgendwelchen lustigen Luftballons und so, aber es wirkt schon so ein bisschen, also müsste man jetzt noch Comic-Relief-mäßig irgendwie was Lustiges einbauen. Ja, ich bin da ganz bei dir. Da kommt hoffentlich noch was. Da bin ich tendenziell jetzt auch, obwohl ich positiv überrascht bin von der Geschichte, wie es ist bei Yui entwickelt, auch bei Frenchie guter Dinge, dass da noch was kommt. Mal gucken, weil es doch sehr schade wäre, ja, dieses platonische Liebe-Freundschafts-Ding zwischen ihm und Kimiko da in irgendeiner Form einschlafen zu lassen. Denn, okay, dass das jetzt nicht auf die romantische Ebene geht, okay, das finde ich völlig in Ordnung. Absolut. Aber dass das irgendeine ganz besondere Form von Freundschaft ist, die meines Erachtens noch sehr viel mehr Screentime bedürfte, da bin ich ganz bei dir. Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja gut, jetzt gibt es halt den Moment, wo er hier seinem Freund erzählt, das kommt jetzt später in der Folge, aber wir können das ja so kombinieren. Hier, ich war es übrigens, ich sei nicht so lieb zu mir, ich bin der Typ, der deine Familie getötet hat, der kriegt ja noch ein bisschen was in die Fresse, weil ist ja ganz klar, muss man so machen. So, das hat jetzt schon ganz schön, also hat es dann gedauert, keine Ahnung, für Folgen hat es jetzt gedauert, dass das jetzt so rauskommt. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wenn da jetzt noch irgendeine schreckliche Szene kommt, wo die beide zusammen durch irgendein wildes Abenteuer gehen müssen, was weiß ich, irgendwo explodiert ein Haus oder ein Superheld macht was Blödes, dass sie da nicht wieder zusammenkommen könnten. Wie siehst du das? Es ist mir halt ehrlich gesagt ziemlich egal, so hart es klingt. Also, ich finde es okay, wenn eine Figur auch mal einen Rückschläger leidet, die nicht aufgeholt werden können. Also, wenn einfach dann dieser Colin, heißt ja der junge Mann, der ihm da irgendwie den Laufpass gibt, halt wirklich sagt, ich will nichts damit zu tun haben, finde ich okay, finde ich legitim. Ich finde es auch okay, wenn jetzt Frenchy erstmal ein, zwei Folgen wieder schlecht drauf ist. Ich hoffe aber, dass das Drehbuch ihm jetzt ein bisschen mehr gibt, außer halt eben hier die Vergangenheit zu bewältigen. Oder aber er macht es halt wie Yui und findet halt Frieden damit, weil das ist ja auch eine starke Szene, das wird dann gleich kommen. Aber wie gesagt, aktuell finde ich es echt schade, dass für mich halt wirklich dieses Power Couple Frenchy Kimiko so ein bisschen auseinandergerissen wird. Finde ich sehr schade. Ja, auch so Kimiko, wir werden es dann ja vereinzelt noch haben, dann lass doch gleich mal zu der springen. Die ist ja jetzt letztlich aus irgendeinem Grund dabei. Wie heißen die Sunlight? Sunlighters? Sunlighters? Wie heißt denn diese? Firelighter, glaube ich, war es, oder? Firelighter, oder? Weiß ich noch nicht. Könnte sein. Es sind so viele Namen, die sind so alt. Ja, ist auch die Starlight, nur anders, keine Ahnung. Also letztlich diese Organisation, die scheinbar Kinder entführt und trainiert. Zumindest die, die überleben. Und warum auch immer die das machen, das wissen wir nicht genau. Und wir haben nur in den letzten Staffeln mitbekommen, dass sie das tun und irgendwo aus Asien kommen. Ich glaube, die haben politisch korrekterweise kein Land genannt. Weiß ich nicht genau. Ja, und jetzt ist sie halt dabei. Also sie hat in irgendeiner letzten Ausgabe da halt ein bisschen rumgemetzelt. Und jetzt gibt es eine neue Eskalation, weil man wieder aufeinander trifft. Aber ich weiß noch nicht genau, ob mich das alles so mega interessiert. Das wirkt so ein bisschen so reingedrückt. Ach ja, stimmt, die haben wir auch noch. Lass mal noch eine tolle Geschichte mit der Kimiko erzählen. Es ist ja auch irgendwie so, mittlerweile, als so eine Pflichterfüllung, du hast ein neuer Folge The Boys, es muss in jeder Folge mindestens eine Szene geben, wo Kimiko rumsaut. Also es muss da eine Motivation geben. Und auch sie ist ja wieder wie Vergangenheitsbewältigung. Auch das ist wieder ein großes Thema bei ihr. Und es macht halt schon Spaß. Und ich finde, dass die Karen Fukuhara, die der Kimiko spielt, das auch echt toll macht. Und ich finde die Szene auch immer ganz, ganz interessant und schön umgesetzt, weil die ja auch immer eine gewisse Idee dahinter haben. Es ist ja immer ein bisschen was anderes. Also in der letzten Folge gab es ja diesen Drogentrip, wo dann statt Blut irgendwie Seifenblasen aufgestiegen sind. Das war ganz nett. Aber ich habe jetzt, ist wirklich hier sogar so ein bisschen okay, die Arbeiten daran, so eine Art zweite Kimiko einzuführen, dieser jungen Frau, die er immer so verfolgt. Aber auch da muss ich sagen, ich finde halt, The Boys nähert sich halt so langsam und sich halt dem Finale mit der fünften Staffel. Und es wirkt auf mich noch so ein bisschen wie so Füllmaterial, was aktuell aus meiner Perspektive nicht notwendig ist. Weil aktuell diese Serie so viel Inhalt hat, du brauchst nicht noch irgendwie eine Art Kimiko-Schwester. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich nicht, wie der Masterplan aussieht von Kripke. Ich lasse mich da überraschen, aber ich muss sagen, hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber es hat Potenzial, dass es noch richtig geil wird. Magst du mal schauen? Ich fand es ja ganz toll, dass ich sie dann tatsächlich sogar wiedererkannt habe, die Schauspielerinnen bei Bullet Train. Die sind mir sofort aufgefallen. Aber dann lass doch mal das eine dieser Themen, die ich für, wenn wir alles abgehandelt haben, notiert hatte. Aber lass das gerne mal vorgreifen. Wir wissen, dass die Serie mit der fünften Staffel enden wird. Wir wissen, dass es Spin-offs gibt und geben wird. Also Gen V wird in irgendeiner Form auf jeden Fall eine Fortführung finden. Oder zumindest wird der Story-Arc aufgegriffen werden. Die Figuren sehen wir vielleicht auch irgendwo wieder. Das könnte ich mir vorstellen. Ob es eine zweite Staffel Gen V geben wird, das muss ich noch zeigen. Wir können aber davon ausgehen, dass auch wenn hier unsere The Boys vielleicht in irgendeiner Form dann nicht mehr existieren, wir Spin-offs bekommen werden und die werden auch funktionieren. Denn das sehen wir hier schon. Die Episoden, die wir hier bekommen, die funktionieren nahezu unabhängig von dem, was ursprünglich mal irgendwann in den Comics passiert ist. Das zurück zu deiner Frage, warum führen die jetzt hier eine zweite Kimiko ein? Ja, genau aus diesen Gründen. All die Figuren, die wir jetzt bekommen, die hier und da schon mal eingesprengt wurden, die wiederkehrende Auftritte haben und so, meinetwegen auch der Ryan zum Beispiel oder natürlich dann auch diesen komischen Jesus-Typen, den wir im Laufe dieser Folge noch sehen werden, der war vielen Episoden mal relevant für Starlight. Den sehen wir. Dann diesen FBI-Agenten oder CIA, was wird eher CIA sein, ein Agent gespielt von diesem Walking Dead-Schauspieler. Danke dir. Das sind alles so Figuren, bei denen ich mir sehr gut vorstellen kann und das würde denen wahrscheinlich auch gerade ganz gut in die Haushaltsplanung passen, dass wir die in weiteren Spin-Offs sehen werden. Das Universum The Boys ist ja nicht tot, nur weil diese Serie endet und davon gehe ich ein Stück weit aus. Wir kriegen jetzt natürlich im Laufe der nächsten zwei Staffeln und diese Staffel hier ist ja schon länger fertig. Die ist ja schon, der Produktionsprozess war ja wahrscheinlich schon fertig, zumindest die Schreiberei auf jeden Fall und die Produktion vermutlich auch während des Autorenstreiks. Die ist ja relativ lang zurückgehalten worden, soweit ich es mitbekommen habe, diese Staffel. Das Ding ist ja schon, das ist ja der Plan, das auszubauen, weil es eben offensichtlich so erfolgreich funktioniert und bei so Fans wie mir zumindest auf jeden Fall ganz gut funktioniert und ich wissen möchte, wie es weitergeht. Kurzum, das ist alles Setup. Da geht es darum, die Zukunft vorzubereiten und ich frage mich, ob ich es gut finde oder nicht und ich glaube, ich finde es ziemlich gut und das ist was Besonderes, weil normalerweise finde ich es blöd. Wie sind dazu deine Ansätze? Ich denke mir halt, es gibt glaube ich schon einen Grund, warum ich Schien wie nicht weitergeguckt habe, obwohl ich es nicht schlecht fand. Ich glaube vielleicht, bin ich einfach, dass ich sage, aktuell bin ich noch, ich brauche The Boys oder ich will The Boys und ich brauche nicht mehr. Also ich werde mir alles angucken, was da kommt aus diesem Franchise, weil ich es echt toll finde, aber ich finde halt, dass so viele Sachen aktuell drin sind, die, wie du schon gesagt hast, so als Vorbereitung dienen, um irgendwas anderes anzuteasern oder anzusetzen und das interessiert mich dann irgendwie nicht, weil aktuell finde ich die Grundgeschichte von The Boys so spannend und interessant und einnehmend, dass ich gerne möchte, dass es da mal weitergeht und das tut es ja auch, gerade mit Homelander. Aber irgendwie, ich bin, Aber Stu, was ist, was ist denn die Grundgeschichte von The Boys? Mir fällt das sauschwer, inzwischen zu beantworten. Also der Kampf halt gegen, gegen Wort ist für mich. Der Boys gegen Wort, beziehungsweise er noch gegen Homelander und das Ganze angespinnt, ja, und angespinnt durch die Geschichte mit Ryan. So, aber ist das, also, du findest es rund um Ryan und Boys gegen Wort so spannend, dass das, das ist für dich The Boys? Schon, ja. Also nicht nur Ryan, sondern wie die ganzen Figuren da positioniert werden und aktuell sehe ich halt einfach nicht, was jetzt, ich nenne es ja mal Kimikos Schwester, obwohl es glaube ich nicht die Schwester ist, was die jetzt noch groß damit zu schaffen hat. Ich find das okay, weil das die Figur das zu tun bekommt, aber in Gänze betrachtet saß ich halt heute davor, ich hatte damit meinen Spaß, ich hatte, es war und ultra kurzweilig, ich bin tierisch gespannt auf nächsten Donnerstag auf die Folge 5, aber ich kann nicht behaupten, dass es so dieses Kribbeln ausgelöst hätte. Und ich, ich mein, das Schöne ist ja, wir wissen halt nicht, wie es weitergeht, da kann noch alles passieren, wirklich alles kann noch passieren, aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, was du auch gesagt hast, das ist jetzt alles so eine Art Vorbereitung und vielleicht liegt es auch einfach daran, weil wir ja diesen großen, anderen großen Superheldenkonzern namens Marvel haben, die das ja irgendwann echt so weit vorangeschritten haben, mit irgendwas anzuteasern, dass irgendwann nur noch das Teasern wichtig war und das Rest fiel heute hinten runter. Das wird The Boys jetzt nicht passieren, aber vielleicht hat es, schreckt das mich einfach deswegen so ein bisschen ab. Ja, das kann natürlich auf jeden Fall passieren, das kann schon sein. Für mich ist der zentrale Punkt halt, der Handlung gerade der, und es kann auch sein, dass ich den so wahrnehme, weil ich gerade auch noch diese X-Men 97 Serie, die Animationsserie nachhole, die gerade bei Disney Plus läuft, dieser quasi Konflikt Menschheit versus Superhelden. Und der ist sehr spannend, weil der hat ganz viele Möglichkeiten, das auch zum Beispiel mit diesem Rassismusaspekt aufzubauen und dann davon ausgehend irgendwas zu machen, weil dieser Konflikttheat, Homelander, Batscher, der wird halt dann im großen Finale wird der auserzählt sein, aber der Konflikt Menschheit gegen Superhelden und der ist in irgendeiner Form da, weil alle Menschen erleben irgendwelche Geschichten mit diesen Superheldinnen und haben dann da auch eventuell Probleme und so. Ich glaube, das bietet genug Möglichkeiten und Potenziale, weitere Geschichten zu erzählen. Oder auch, das haben wir in den Comics erlebt, Rückblicke. Superhelden gibt es eben nicht erst die letzten 10 Jahre, die gibt es die letzten 100, 150 Jahre bereits. Was gab es da für Situationen? Auch da stelle ich mir viele potenziell interessante Geschichten vor. Aber ich hätte das mal sehr interessant zu hören, wie du das so siehst mit der Frage, wie könnte es mit dem The Boys Universe weitergehen? Was für Figuren sehen wir und was für Figuren sehen wir nicht? Unter anderem hatte Batscher ja auch mal ursprünglich diese Chefin, die er gehabt hat. Den Namen hatte ich ja die irgendwo auch aufgefunden. Malory, meine ich. Das war so eine blonde Malory, genau. Und auch das, also in den Comics ist ja ein Typ und auch da gibt es ganz spannende Geschichten zu erzählen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man auch mit der Figur zumindest oder vielleicht sogar mit der Schauspielerin noch was machen könnte. Ich würde mir das persönlich alles angucken. Aber hey, ich gucke auch Star Wars Acolyte. Ich bin mir für nichts zu schade. Aber was ich halt ein bisschen auch schade finde, sie hatten ja schon im Vorfeld immer so Szenen oder Momente in der Serie, wo ich dachte, okay, daraus machen sie noch was. Ich bin mir gerade unsicher, ob es in der zweiten oder in der dritten Staffel ist. Ich glaube in der zweiten. Die spielt in so einer Art Anstalt für Superhelden und da ist so ein blondes Mädel, so eine Teenagerin, die der Tabula Rasa macht durch Leute echt zersenzt. Und die haut einfach ab und das wurde so inszeniert, dass ich immer dachte, okay, damit machen sie noch irgendwas. Aber sie haben es nicht getan. Und bis das jetzt auch, wie gesagt, jetzt schon zwei oder drei Staffeln ist vielleicht sogar her und es kam nichts. Und ich bin mir halt unsicher, weil von der Thematik her, also einfach dieses so, brauchen wir Mensch vielleicht einfach so was, worauf wir hinaufsehen können. Also im Prinzip, ich kann es ja auch so sagen, im Prinzip sind Superhelden quasi wie Götter. Braucht die Mensch vielleicht Götter? Brauchen wir etwas, worum wir glauben? Ist halt eine komplett spannende Frage. Das ist halt so für mich die Kernthematik von The Boys. Die kann man natürlich in zig anderen Serien fortsetzen. Aber aktuell, weiß ich nicht, so meine kleine Stu-Seele, möchte jetzt einfach irgendwie sehen, wie jetzt eben Butcher, Yui, Starlight, Frenchie und Kimiko einfach halt eben noch so versuchen, halt Homländer kalt zu machen. Das ist so das, was ich gerade sehen möchte. und ich möchte nicht noch irgendwie sehen, dass Kimiko eine Schwester hat und solche Sachen. Aber ich meine, wie gesagt, wir sind bei Folge 4 von Staffel 4, da kann auch einiges passieren. Ich möchte jetzt hier nicht schwarz malen, aber, oder ich möchte auch nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hat, aber es war halt so, ich fand es gut, aber ich fand es nicht berauschend. So kann ich glaube ich abkürzen. Was dann passiert ist in der Folge, ist dann die Story mit Light, Fire, Light, Light, Fire, Fire, Light, Starlight. Oh Gott, ich habe es geschafft. Starlight Express. Starlight Express. Ja genau, so werde ich es machen. Die ist nämlich wieder am Start, die hat jetzt auch ihre Handlung gekriegt und natürlich ist dieser Konflikt mit Firekicker Starter, das werden die Leute, die das kommentieren, werden das echt blöd finden, das machst du doch absichtlich für die Kommentare, gib es doch einfach zu. Ja genau, egal. Das ist so ein Thema, das findet jetzt statt. Die Firekicker baut vor der Haustür scheinbar eine Bühne auf. Warum auch gerade vor der Haustür, wahrscheinlich auch damit die das mitbekommen können. Ja also vor ihrem Zentrum, also die haben ja so ein Wahlzentrum und da bauen ja diese Bühne auf. Das juckt auch keine Sau, warum hat die eigentlich ein Wahlzentrum? Ich fühlte mich auch total an wieder mal House of Cards und Co. erinnert. Die will ja nicht gewählt werden, warum hat die ein Wahlzentrum? Ja weil sie ja glaube ich einfach als Gesicht von dieser Partei Nenni Smile einfach da steht. Es gibt ja im Prinzip, ist so ein bisschen wie aktuell in den USA Wahlkampf, du hast diese MAGA-Fraktion, die Trump-Variante und halt die Biden-Variante und sie ist halt im Team Biden. Ja offensichtlich. Ich meine es ist ja genauso wie, du hast halt, was ich denke, Dennis Quaid ist Team Donald Trump und der Rest von Hollywood ist halt ganz klar Team Biden und dann baut halt eben Dennis Quaid einfach eine Bühne vor der Haustür von Möflinge auf, um mal ganz profan zu sagen. Das ist halt wirklich Provokation. Es baut ja auch alles auf dem Plan von Sister Sage auf und der Plan ist halt so simpel wie einfach und das heißt einfach provozieren sie einfach, wo es nur geht. Provozieren, 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 ist halt wie Donald Trump halt. Deswegen kann ich halt die Stimmen nicht verstehen, die sagen, du bist mir jetzt irgendwie viel zu politisch geworden. Es war schon immer politisch. Ja, okay. Nee, das war durch und durch so. Okay, jetzt bauen die da diese Bühne auf und das ist natürlich nicht ohne Grund direkt vor diesem Wahlzentrum, in der ja auch in der letzten Folge dieser eine Typ rein ist und wollte die Kinder befreien. Hashtag Pizzagate. Das war ja alles so das Gleiche in Grün. Okay, das hat scheinbar auch in der mehr The Boys-echten Welt irgendwelche Konsequenzen und das ist ja spannend, weil letztlich kein Publikum kommt. Das sehen wir in späteren Szenen. Es ist scheißegal, wo die das hätten aufgebaut. Das war reine Provokation. Es geht darum, das Ganze jetzt auszustrahlen auf die TV-Sender von Wort. Das ist das Ding. Da sollen das Menschen mitbekommen und das wird auch ganz toll formuliert mit verschiedenen Möglichkeiten, die da geboten werden, dass die Menschen irgendwann, die diesem Spektrum-Wort folgen und diesem, ich will nicht gleich recht sagen, aber diesem Anti-Starlight-Gedankengut folgen, dass die gar nicht mehr wissen, warum sie die eigentlich blöd finden, aber sie finden sie halt blöd. Und dann kommt am Ende ja, also es gibt eine Bühnenshow, auf der Bühnenshow passiert ganz viel Quatsch und dann wird da Propaganda abgehalten und wir haben auch ein ganz tolles Duett zum Beispiel, auch mit unserem Aquaman-Verschnitt, dieser Kevin, also The Deep halt, gespielt von Chase Crawford. Auch eine Figur, wo ich mich frage, ob der Oktopus eigentlich noch lebt oder ob der schon tot ist. Ich schwöre dir, in der nächsten Folge ist der Oktopus tot. Egal. Genau, dann singt sie halt bla und dann kommt sie halt auf die Bühne und macht ihr Ding und dann am Ende eskaliert es halt krass. Es gibt ein Reveal, den Reveal, den würde ich an der Stelle spoilern. Wir machen jetzt hier ein Recap. Sie kommt aus irgendeiner, sagen wir mal, also zwielichtigen Quelle an die medizinischen Akten von Starlight und Starlight hat erscheinbar eine Abtreibung und das wird jetzt hier zum Thema gemacht. Sie beginnt das allerdings mit einem Kicker, dass sie selbst einen Fehler gemacht hätte, mit einem Minderjährigen zu schlafen. Und das ist... Das war irgendwie spannend. Das war auch eine richtig coole Szene, weil kurz bevor ihr im Auftritt wird sie ja von Mother's Milk und Butcher konfrontiert und sagen so, entweder du bist jetzt hilfst uns oder wir leaken halt diesen Beweis, dass du halt irgendwie, als du 30 warst, mit einem 50-Jährigen rumgegängelt hast oder so. Und dann ist es sie ja, die diesen Spiel halt veröffentlicht und dann sofort auf die Bühne geht und halt dieses Geständnis macht. Und das ist schon krass. Also es war zum einen überraschend, weil ich dachte, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Und was danach passiert, das war schon wirklich krass. Und es ist eine... Also ich kann schon verstehen, dass man so überreagiert, wenn du halt... Pass auf, ich bin keine Frau, ich habe keine Kinder, ich hatte nie eine Abtreibung, ich weiß nicht, wie das ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand, dass sowas Privates so in die Öffentlichkeit zieht und ich dann so bloß stelle, dass du dann auch wirklich dann die Beherrschung verlierst. Ich muss aber auch sagen, ich finde, bei der Szene merkt man auch, dass diese Erin Mority, ich kann sie nicht aussprechen, ist egal, sie, vielleicht ist das dramaturgisch dann doch eine etwas zu hohe Liga für sie. Ich finde, dass sie da darstellerisch mich nicht so ganz überzeugen konnte. Trotz allem... Bei der Prügel-Szene meinst du das? Oder bei der Szene, wo sie reagiert und das erfährt? Allgemein, also wenn sie das erfährt, also dann kommt ja dieser Reveal, ja und wir haben die medizinischen Akten, sie hatte eine Abtreibung und hier und da und ich weiß nicht, es war mir darstellerisch dann doch zu wenig. Also klar, das draufprügeln kann jeder, das könnte auch ich spielen, weil du stehst einfach davor und haust immer wieder auf das Gesicht drauf ein und ich muss sagen, ich finde halt Firecracker, also Lob für die Darstellerin Valerie Curry, die ist halt echt hassenswert. Die ist wirklich richtig hassenswert. Ich habe es auch genossen, wenn ihr Starlight dann links und rechts die Fäuste in die Presse haut, aber dafür brauchst du kein Schauspieler hin. Aber dieser eine Moment, wenn sie dann feststellt, so zwei Minuten vorher scheiße und das habe ich ihr nicht so richtig abgenommen. Und vielleicht, nur vielleicht, liegt es auch einfach daran, weil sie nicht mehr so die Mimik hat wie einst. Ah, ja klar, das ist ja interessant, das könnte wirklich sein. Ich frage mich nämlich gerade, wo du die Firecracker nochmal so rauskramst, die hat ja in einer der ersten drei Folgen, hat ja dem Homelander ein ziemlich eindeutiges Angebot gemacht. Sie steht als neues Mitglied der Seven, in diesem Saal, die die da haben, bei Wort im Hochhaus und sagt ihm hier letztlich, hier nimm mich, ich bin dein, du kannst mit mir schlafen, gar kein Thema, alles cool, ich liebe dich, tue alles für dich. Und er sagt relativ deutlich nein, weil er, sie ist scheinbar nicht Stormfront. Und das finde ich interessant, dass er da drüber steht, über den Dingen. Und da frage ich mich gleichzeitig, wie sieht es eigentlich aus mit den Gelüsten von Homelander, auf denen wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen werden. und auch wie der so kann ich dir sagen, sich kennengelernt hat. Aber auf was steht der eigentlich? Steht der eigentlich nur auf Frauen, wo er, dominante Frauen. Also überleg doch mal, Stormfront hat ihn ja auch so ein bisschen bezürzt, aber auch die hatte so eine gewisse Dominanz, ja. Aber war die Ex-Frau von Baccia dominant? Oder war das einfach Vergewaltigung? Das war ja keine Liebe, muss man ja ganz klar sagen. Und das ist ja auch Jahre her. Und wie gesagt, diese, die, die Firmenchefin, die Elisabeth Schuh, die in der ersten Staffel dann eher von ihm weggelesert wird, das war ja auch eine ganz klare und dominante Person. Und ich finde ja auch, dann kommen wir ja gleich zu, in der Butcher, im Butcher-Paket kommt ja auch noch eine Frau später hinzu, die ja auch eine gewisse Dominanz ausstrahlt. Und ich finde schon, dass das, nicht Butcher-Szene, ich meine in der Homelander-Szene, dass das Homelander irgendwie auf dominante Frauen steht. Und ich glaube einfach, dass er, also zum einen ist halt Firecracker eine Superheldin unter seinem Niveau, weil was kann die machen? Cool, die kann irgendwie Fucken sprühen lassen mit ihren Fingern. Geil, wenn ich ein Feuerzeug brauche, sag ich Bescheid. Warum ist die in den Seven? Da muss es doch echt andere geben. Warum ist die eigentlich da? Das ist rein strategisch. Genau, weil Siege gesagt hat, die brauchen wir, weil die eben so bekannt ist und so beliebt ist bei eben diesen ganzen Right-Wing-Aktivisten. Darum geht es halt. Ich meine, Firecracker hat ja in einer letzten Folge auch ganz klar gemacht, warum sie es macht. Nicht aus Überzeugung, sondern weil sie halt Kohle braucht oder Kohle haben möchte. Das ist der einzige Grund. Der ist es scheißegal, wer letztlich Präsident ist. Hauptsache, dass das Geld kommt drüber. Und ja, ich finde, Homelander hat was mit dominanten Frauen. Also, oder vielleicht sogar, vielleicht sogar abgekürzt Homelander Marc Milfs. Und Milch. Und Milch. Das tut ja alles. Das tut ja alles. Was ich übrigens mag und da auch mal liebe Grüße an den Patrick, der ehemaliges Mitglied ist hier beim Tele-Stammtisch. Der hat mich auf eine Sache hingewiesen in den Chatgruppen von einem Podcast von den Comic-Cookies. Möchte ich auch gerne mal droppen. Das ist ein Comic-Podcast. Der älteste deutschsprachige Comic-Podcast, den es gibt. Wir haben, ich bin auch Teil davon, eine gemeinsame Signal-Gruppe und eine Telegram-Gruppe. Und auch da ist er natürlich als Comic-Cookie mit drin und hat uns darauf hingewiesen, dass wir durchaus mal regelmäßiger eine Pause einschieben sollten bei The Boys. Wer auf Amazon Prime Video diese Folgen guckt, der sollte regelmäßig mal eine Pause machen. Nicht nur, wenn man dann rausbekommt, wie eigentlich die SchauspielerInnen heißen, die wir dort sehen. Es gibt dort auch jede Menge Trivia. Und zwar richtig viel Trivia und vor allem lustiges Trivia. Das wird einfach eingestreut in so Blackboxen. Hier geht es gerade in der Szene, in der ich bin. Wir sehen gerade Sister Sage hier in dieser Runde stehen. Sie hat ein Gespräch mit The Deep und die Rede ist von der in den USA allseits beliebte Guy Fieri definiert, Flavortone ist ein mythischer Ort, ein Geisteszustand, in dem Spaß und Essen in perfekter Harmonie zusammenkommen. Jetzt ist es auch ein Lieferservice, auf Lieferservice spezialisiertes Restaurant. Also kurzum, ganz viel Trivia und Dinge, die wirklich völlig unnötig sind, aber im Regelfall sehr lustig geschrieben, werden uns hier auch präsentiert, wenn wir das auf Prime Video gucken. Also ich finde es lustig und das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, hier in Ergänzung zu dem, was wir die ganze Zeit tun. Eigentlich müsste man sich, müsste ich mich nochmal ganz ausgiebig hier mit der ganze Zeit Trivia beschäftigen und nicht quasi durchpausieren durch die einzelnen Folgen. Ja, dann mach. Ich warte gern. Mach mal. Ja, ich skippe jetzt ein bisschen durch die Folge. Wir haben also raus, Sister Sage sagt, wir sind gerade bei Minute 11 übrigens, beim Durchskippen von 50. Kriegt diesen Hinweis mit der Abtreibung. Wir sehen verschiedene Szenen, die wir in der Form alle schon besprochen haben. Ich finde übrigens, dass der Butcher in seinen Klamotten extrem cool aussieht. Also ich finde wirklich Karl Urban extrem gut. Also die Figur gefällt mir. Wenn ich könnte, würde ich auch nur so rumlaufen in so einem Ledermantel mit diesen geilen Schuhen, diesen Stiefeln. Ich möchte es auch. Da ich dich ja in kurzem live sehen werde, vielleicht hast du Tricks, du hast dann. Mal sehen. Ich wollte die Tage Stiefel kaufen, gibt keine in der Sommersaison. Schlecht. So, das haben wir. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob wir schon zu Homelander kommen sollten. Wir müssen eine Sache noch bereden, die glaube ich auch wichtig ist. Also Homelander und wir haben noch A-Train und A-Train ist, finde ich, hat eine ganz, ganz wichtige Szene. Also er soll ja für Dewey dieses Compound V besorgen, weil das ja bei Homelander im Haus ist, in der Wohnung. Ist auch irgendwie krass, dass es so eine Wohnung hat. Das ist irgendwie ganz ulkig, wenn man darüber nachdenkt, weil du denkst eigentlich, wo wohnen Superhelden? Weil sowas wie Superman, wo wohnen Superman, aber ja. Homelander hat eine sehr schöne Wohnung und da findet halt A-Train auch dieses Compound V und das Haar mit den grauen Haaren. Also das Glas mit den grauen Haaren. Das versteht der aber in dem Moment nicht, oder? Das versteht der, glaube ich, aber ich könnte mir vorstellen, es wird noch wichtig werden, weil das ja ganz klar zeigt, dass Homelander auch verfällt, also älter wird. Das wird ja auch schon in den letzten Folgen angekommen. Oh, ich muss mir so viel notieren für unser Homelander-Gespräch. Ja, ja. Und dann trifft er halt diese Assistentin, deren Namen wir jetzt vergessen haben, die halt da kacken war. Auch schön, finde ich. Ashley. Ashley. Die Ashley. Das ist auch eine richtige Ashley. Hat die eigentlich jetzt noch ihre echten Haare oder ist es immer noch eine Perücke? Ich weiß es nicht mehr, aber ich finde es ganz cool, dass ich das Gefühl hatte, dass sie nur aus Rache bei Homelander kackt. Das finde ich schon irgendwie ganz lustig. Das ist so ihre Rache. Das finde ich ganz, ganz amüsant. Ich möchte das mit Adrian vielleicht ein bisschen abkürzen, weil er wird ja von Mabas Milk nach und nach umgedreht. Ja, und er merkt ja auch, dass da irgendwie die Seven echt scheiße sind. Und als er dann Dewey halt dieses Kamp und Wie überreicht, kommt ja bei Dewey schon so raus, okay, um ehrlich zu sein, ich wollte dir wieder sagen, leck mich am Arsch, ich verzeihe dir nicht, aber er verzeiht ihm ja dann. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, weil damit Dewey der Erste von diesen Hauptfiguren ist, wir hatten ja das Thema Vergangenheitsvergewältigung, die Erste, der wirklich aktiv sagt, okay, pass auf, du hast mir echt weh getan und du hast eigentlich, warst du der Startschuss für die ganze Scheiße, die passiert ist, aber weißt du was, jetzt verzeih ich dir. Und ich, für mich ist es wirklich so, dass dieser Storyabschnitt, diese, diese, diese Rivalität, nenne ich es mal, zwischen Dewey und A-Train, damit halt eben Häkchen dran, ist vorbei. Weil halt, muss man mal sagen, A-Train auch eine interessante Entwicklung durchgemacht hat und ja auch in den letzten Folgen auch Dewey auch geholfen hat, glaube ich sogar mal das Leben gerettet hat bei diesem Eisstadion. Und das finde ich spannend. Ich glaube wirklich, dass vielleicht A-Train entweder einer ist, der jetzt in den nächsten Folgen vielleicht sterben wird, weil er dann doch von Homelander weggelasert wird, quasi so als, als Märtyrer dahin siechen wird oder aber vielleicht ein doch wichtiges Mitglied der Boys werden könnte. Also das finde ich ist eine wichtige Szene, dass Yui eben sagt, pass auf, ich mag dich immer noch nicht, aber ich verzeih dir. Es wäre natürlich mal total interessant zu sehen, dass auch The Boys und alle Menschen, die man damit assoziiert, auch mal Erfolge haben. Also wie oft die in letzter Zeit auf den Sack gekriegt haben und Rückschläge erleiden mussten, da wäre es tatsächlich mal ganz interessant, auch mal so eine Art, wenn die quasi einen Maulwurf hätten bei den Seven. Das würde natürlich da auch gut passen. Jetzt ist es ja so, dass Homelander versucht, die Seven auch ein bisschen umzugestalten. Er will denen ja ein bisschen Eier wachsen lassen, könnte man sagen. Und das passt in dem Zusammenhang ja auch ganz gut. Wir haben es in den ersten Folgen gesehen, wo er quasi möchte, dass sie Menschen tot prügeln und dann so ein bisschen, naja, auch ihre aggressive Seite entdecken und vor allem auch mal ein Kontra geben ihm gegenüber, was er ja bei Sister Sage bekommt, aber eben bei den Jungs vor allem nicht. Und ja, es wäre mal interessant, ob so ein A-Train das hinbekommt, ob der irgendwann mal genug Charakterentwicklung hinkriegt. Ich weiß es noch nicht so genau. Ja, aber ganz ehrlich. Wir haben zuletzt bei der Figur gesehen, dass sie auch diesen, sie hat ja diesen Bruder mit diesen Neffen und sowas alles. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob diese Figur in der Lage ist, über sich hinaus zu reden. Ja, und was man auch sagen muss, ich finde, er verhält sich auch manchmal echt dämlich. Also, du weißt halt, du sitzt am Tisch mit der schlauesten Person der Welt und verhältst dich halt so, dass jeder, der auch nur nicht so schlau ist wie die schlauste Person der Welt, merkt, irgendwas stimmt mit dir nicht. Das ist halt so, wo ich denke, ach A-Train. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist interessant, also gerade eben, dass Yui und er halt jetzt zusammenkommen und mal so sagen, okay, es ist vorbei. Also, was uns angeht, wir sind durch, wir sind clean. Aber natürlich, klar, A-Train ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, das auf jeden Fall. Ja, schade, dass ein, wobei ich wollte gerade sagen, eine Person of Color, dann das nicht die hellste Kerze ist, aber wir haben dafür auch Sister Sage, die ist es wiederum. Alles cool. Glück gehabt. Und dann kommt, dann deutet es sich eigentlich an, wir haben jetzt hier so diese Szenen im Hintergrund von der Stage, wo dann auch zunächst Moth's Milk und Bachelor rumrennen und wollen da halt irgendwas klären, keine Ahnung, aber eigentlich wollen wir doch auf diese Szene hinaus, wo es dann eskaliert, wo es den großen Kampf gibt und zwar im Trailer von Firecracker. Auf den wollen wir eigentlich hinaus und ich frage mich, was da passiert ist. Ja. Was hat eigentlich dafür gesorgt, dass da unser Billy, dass er da aufräumen konnte? Also, was meinst du denn? Ich kenne ja dieses Boy's Diabolical und da gibt es halt so einen Kurzfilm, wo so etwas Ähnliches passiert. Und meine Idee ist halt, dass dieser Tumor, ich nenne es mal einfach der Butcherwende, einfach halt eben seinen Wirt beschützt hat und dann rausgekommen ist und dann diesen Ezekiel, das ist ja quasi der Stretchman, der Boy's, der auch in der ersten Staffel schon vorkam. Ich dachte auch eigentlich, der wäre schon längst tot, aber anscheinend doch nicht. Dann halt eben den... Der ist explodiert, oder? Man sieht es halt nicht. Das ist es halt. Man sieht halt nicht das Ergebnis. Man sieht nur, dass er Butcher fast schon tot wirkt oder bewusstlos wirkt und dass er da irgendwas in Butchers Schläfe da wild pulsiert und auch wie so ein kleines Würmchen. Und ich muss sagen, für so ein kleines Würmchen ist das Ergebnis dann doch recht krass. Also könnte alles sein. Entweder, dass da irgendwie das Würmchen rauskommt, sich in irgendeine, weiß ich, riesige Kettensäge verwandelt und den dann abschlachtet oder halt eben sonst was. Vielleicht auch einfach in den anderen Typen überspringt und ihn zum Platzen bringt. Wir sehen das nicht. Wir sehen halt nur das Ergebnis und das ist natürlich, Boy's ist stylisch, überall klebt die Masse und überall ist es rot. Also ich bin gespannt, wann sie es auflösen werden. Ob sie es schon in der nächsten Folge machen oder ob das so ein Ding wird, so das bekommt ihr dann im Staffelfinale zu sehen. Mal gucken. Ja, okay. Okay. Ich scrolle noch so durch diese Folge. Wir sehen A-Train, der eben auch gerade Thema war, wie er da durch diese Wohnung läuft. Ist auch spannend, dass man einfach so als anderer Superheld in die Wohnung der anderen Superhelden kann. Also Flash kann durch Wendy vibrieren. Ich weiß nicht, ob A-Train das auch kann. Keine Ahnung. So und jetzt müssen wir noch gucken, haben wir noch Szenen, die wir homolindermäßig ausklammern können oder nicht? Ich glaube nämlich fast nicht. Ja, okay. Dieser Kampf von Yuji und Kimiko gegen diese anderen Typen, das war ein Stück weit lustig. Ja, das war okay. Gegen dieses, ja. Das war diese typische Kimiko-Szene, die halt in jeder Folge da sein muss, ne? Dass sie da einfach sich da rumbettelt und viel Blut und ja, war okay. Ist aber, glaube ich, in der Historie der Serie The Boys jetzt keine Action-Szene, die man jetzt im Gedächtnis behalten wird. Ich habe sie gefunden, die Szene, über die ich mich noch unterhalten möchte, bevor wir zu Homelinder kommen, natürlich die Lobotomie-Szene. Die ist wirklich wichtig, weil wir hier letztlich endlich mal rausbekommen, was wir am Ende der letzten Folge gesehen haben. Am Ende der letzten Folge haben wir mitgekriegt, dass The Deep und Sister Sage sich scheinbar ganz gut verstehen. Sie macht aber zu dem Zeitpunkt einen irgendwie anderen Eindruck, als sie sonst in der Serie gemacht hat. Sie ist so ein bisschen laid back, sie will so ein bisschen chillen, irgendwas gucken, was futtern und natürlich mit The Deep schlafen, wer möchte das nicht, der hat wirklich ganz tolle Oberarme. Aber irgendwas ist anders und dann sehen wir die Kamera wegfahren und da liegt da so ein langer Stab mit Blut am Ende des Stabes und da habe ich mir schon gesagt, okay, was ist hier los? Und ich musste tatsächlich eher an das Thema Richtung Abtreibung denken. Es gibt so Praktiken, die ich nicht weiter ausführen möchte, wie man sich quasi oder wie Frau sich quasi in einer gewissen Form verletzen kann, damit sie mich zur Befruchtung der Eizelle kommt und das habe ich erst gedacht, wäre hier passiert, aber nein, das wird hier deutlich erklärt. Wir sehen, dass Sister Sage nicht nur verdammt schlaust, sie hat auch ein Problem. Sie wird, egal was sie tut, immer die Schlauste bleiben, denn ihr Gehirn wächst quasi nach. Es wird glaube ich gesagt, dass Menschen bis zum 25. Lebensjahr quasi ihr maximales Potenzial kognitiver Art erreicht haben und ab dem Zeitpunkt wächst das Gehirn zumindest nicht mehr weiter. Und bei ihr ist es anders. Ihr Gehirn wächst weiterhin. Das heißt, egal was sie tut oder zumindest bleibt stehen, regeneriert sich. Sie wird noch sehr lange sehr schlau sein und bleiben. Und sie bittet jetzt hier The Deep darum, hier mit folgender ganz speziellen und wirklich sehr abstreckend und zum Gänsehaut kriegenden Moment bittet sie ihn, hier bitte führen wir das Ding neben dem Auge vorbei, Richtung Gehirn und schab mir mal ein Stück davon raus. Das war krass. Da hat es mich echt ein bisschen geschüttelt. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Es war schon eine krasse Szene, die natürlich auch so ein bisschen revealed, wo vielleicht ihr Schwachpunkt ist, dass sie vermutlich dann einfach stirbt, weil sie zu ein großes Hören hat. Das fand ich dann auch ganz interessant. Ich hätte halt gerne mehr, glaube ich, gesehen, wie The Deep das macht, weil, sagen wir mal ehrlich, The Deep ist jetzt eher so der Feiglingstyp. Also, das ist ja der Typ, der immer glaubt, er ist der geilste und das wird ja auch schön rausgezeigt, wenn er dann irgendwie vor ihr steht und dann so anfängt, sie niedermachen zu wollen und dann das Nächste ist so, oh, ist das eine friedliche Zwiebel? Und, ähm, also, ja, ich fand das schon ganz, ja, spannend ist das falsche Wort, aber ich fand's auch ein bisschen ekelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so hart es klingt, ich glaube, was ich am ekeligsten finde, ist, dass sie so einen Vollidioten machen lässt wie Dieb. Ja, tatsächlich. Und das stützt sie auch meine These. Sie ist grundsätzlich von der Menschheit angewidert und gelangweilt und alles, was sie tun kann, um in irgendeiner Form, irgendeine Form von, ja, also, Interaktion zu haben und in dem Fall halt konkret Sex, ist es halt, sich einen Teil des Gehirns wegzulobotomieren. Ja. Also, das, das, das stützt meine total konkrete Küchen, Küchenpsychologie-Analyse ihrer Person auf jeden Fall. Ist das quasi, ihr, 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 diese These einfach mal durchvögeln lassen? So dieses typische, man kennt es doch so, die alte muss nochmal durchgevögelt werden. Ist es vielleicht bei ihr einfach so? Einfach mal durchnoketurieren lassen und dann läuft es schon. Ganz genau. Eigentlich, ich werde es nicht weiter ausruhen, blöde Ergänzung bringen. Einfach mal die Fresse halten. Denkt dran, es gibt Kommentare. Es gibt Kommentare. Die könnt ihr übrigens hinterlassen, wir streuen es hier ganz dezent, strategisch sinnvoll, nicht am Ende, sondern jetzt ein. Wir haben ganz viele Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Das könnt ihr natürlich sehr gern tun, auf Social Media Plattformen eures Vertrauens. Ich weiß, es schließt sich ein Stück weit aus, aber trotzdem sind wir auf Facebook, Twitter und Instagram, sind wir auf Blue Sky, als auch auf LinkedIn bin ich persönlich auch relativ aktiv und mache Dinge überall da. Könnt ihr gerne Kontakt zu uns aufnehmen, kommentieren und könnt es auch lassen. Aber wenn euch jetzt alles viel zu kompliziert ist, dann geht einfach direkt auf tele-stammtisch.de slash Discord. Dort haben wir eine Einladung zu Discord, denn bei Discord gibt es den neuen Community Hub des Tele-Stammtischs. Das ist ein Discord-Server und weißt du was? Der ist geil. Da haben sich schon eine ganze Menge Menschen getroffen und über ganz viele tolle Dinge gesprochen. Heute habe ich allen erzählt, warum ich alles steht Kopf doof finde und wenn ihr wissen wollt, warum das der Fall ist, dann kommt unbedingt auf unseren Community Server, auf unser Community Hub Ich kann es abkürteln, weil Chef doof ist. So, weiter im Text. Ja, es wird doof. Genau. Ich habe mich zu oft selbst lobotobiert, das ist einfach so. Ich habe dir gesagt, ich kann dir das machen, du willst es hier mal alles alleine machen. Das ist das Ergebnis, bitteschön. Und der ganze Zeit machen wir zum Beispiel, bevor die Jungs von House of the Dragon auf die Idee kommen, hier irgendeine Form von Community aufzubauen, da machen wir als The Boys erstmal eine klare Ansage und liebe Jungs und Mädels da draußen, alle dazwischen und außerhalb, kommt mal bitte rum beim Community Server und erklärt den Jungs und Mädels, das sind Jungs eigentlich nur, das sind eigentlich ausschließlich eine Würstchenparty, erklärt dir mal, warum das mit House of the Dragon einfach mal nicht der Rede wert ist. Ich habe da schön beizutragen, außer dass The Boys vor House of the Dragon, da gibt es gar keine Diskussion. Punkt. Absolut. So, und jetzt habe ich, glaube ich, wirklich, beim Durchskippen bin ich schon bei einer Stunde, es kommt jetzt noch, ah nee, ich bin durch. Jetzt müssen wir auf jeden Fall endlich mal über Homelander reden. Meinst du, Homelander mag Eistorte und kanntest du Eistorte vorher schon? Ich kannte Eistorte. Das Konzept Eistorte. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, nicht so viele Eistorte gegessen, aber ich weiß, dass es das gibt und ich kann mich auch vielleicht an den einen oder anderen Kindergeburtstag erinnern, wo es das gab. Muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe daneben ein Stück Kuchen und daneben ein Stück Eis, das ist mir dann doch lieber. Und ich war schon ein bisschen überrascht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, dass diese Torte irgendwie vergiftet ist. Ja, oder sie ist mit Scheiße gebacken oder irgendwie sowas. Ja, habe ich auch erwartet. Die Szene beginnt. Wir sehen, ey Chef, oben sind die Kameras ausgefallen. Oh mein Gott, irgendwas ist los. Und jemand kommt ganz langsam runtergefahren, ins Basement also und ist dann bei, keine Ahnung, Level 4, 5, 6, was auch immer. Und es ist schon irgendwie mit einer Waffe am Start und es könnte jetzt hier echt schlimm werden. Und dann steht da Homelander. Homelander lächelt und Homelander hat dort scheinbar eine Torte am Start und möchte mit allen eine schöne Zeit verbringen. Und wir wussten, dass es irgendwann Szenen in diesem Ort geben muss, denn das war glaube ich am Ende der letzten Folge zu sehen, dass Homelander Flashbacks hat. Er haut in den Spiegel, irgendwie splittert, also das splittert dann der Spiegel und mehr oder weniger verschiedene Figuren in seinem Zersplitten. Du hast halt quasi, genau, du hast halt eben drei Schizophrenen. Genau, drei Ichs. Du hast einmal dieses megalomanische Ich, dann hast du einmal das, in Anführungszeichen, der, dass ich das unbedingt Liebe suchen möchte, ja, und einmal halt, dass ich das, das einfach klar sagt, so, alles ist scheiße und vernichte alle. Also, das war schon eine interessante Szene. Und gerade was da, wenn es um dieses Ich geht, das Liebe bedürftig ist, das Liebe haben möchte, finde ich ja, gibt's ja schon ziemlich großen Reveal jetzt, wie ich finde, in der Folge. Aber hast du auch erwartet, und wir werden gleich auf das Real-Ding kommen, hast du auch erwartet, dass hinter dieser roten Tür, dass da jemand ist, ähnlich wie Soldier Boy, der meinetwegen einen Bruder, eine Schwester, was auch immer, ein Vater ist, hast du das auch erwartet? Am Anfang ja, schon, gerade eben, weil in der dritten Folge das ja auch so angeteasert worden ist, diese rote Tür, aber im Laufe dieser Episode wurde mir dann irgendwie klar, okay, es geht jetzt nicht darum, was ist hinter der roten Tür, ich glaube, es geht mehr darum, was ist damals hinter der roten Tür passiert. Ja. Und dann kommt er da an, in diesem scheinbar Labor, viele Stockwerke unter irgendwas drunter, und das ist scheinbar ein Teil seiner Entstehungsgeschichte, seiner Origin. Und da auch nochmal einen Schritt zurück, ich kann mich dunkel erinnern, dass in irgendeiner Staffel zuvor auch schon mal über Teile der Origin von Homelander gesprochen wurde. Da gibt es diesen Ausflug zu diesem alten Mann, der in irgendeinem wahrscheinlich britischen Anwesen wohnt, und mit dem unterhält er sich, wer auch immer das war, vielleicht war das der erste Wortpräsident, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, und auch der hat eine relevante Rolle in der Homelanders Leben gespielt, und ich habe eigentlich gedacht, okay, er ist ein Superheld, der wurde geboren, wie viele andere Superheldinnen eben auch, und der ist halt ohne Familie sind suchend irgendwann bei diesem Präsidenten gelandet, und das war für mich die Origin von Homelander, aber scheinbar steckt deutlich mehr dahinter. Ich bin ein bisschen überfordert mit seiner Origin. Was hast du denn damit geschrieben? Also ich habe jetzt Folgendes für mich festgehalten oder erkannt, er wurde halt günstig erzeugt, oder es war ein Baby halt, wo sie eben im Kampo und Vi experimentiert haben, und haben ihn dann halt eben nach und nach halt, vor allem indoktriniert, das ist glaube ich das Zauberwort, also dass sie ihn ganz klar gesagt haben, du bist zwar mächtig, aber du brauchst uns, ja, und vor allem du brauchst Liebe, das ist ja, das ist ja der Reveal quasi, dass dieser, dass dieser Hang von Homelander, also auch immer liebebedürftig ist, das haben wir gerade auch in der ersten Staffel gesehen, mit dieser Madeline Stilwell, die er dann am Ende der Staffel weglasert, dass sie irgendwie fast schon so antrainiert worden ist. Du brauchst Liebe, weil, seien wir ehrlich, wenn du halt, wenn er nicht dieses Bedürfnis nach Liebe hat, dann ist es ja für ihn überhaupt kein Problem, alle einfach rumzubringen, weil es ist halt für fucking Homelander, ne? Und ich fand diese Szene halt, ich fand die echt großartig. Ich würde sie in der gesamten Serienhistorie von The Boys, glaube ich, echt ganz, ganz oben ansiedeln bei einer Lieblingsszenen, weil da war alles dran, die war so gut, dass ich mich halt wirklich auch manchmal geärgert habe, wenn dann wieder der Schnitt kam und wir mussten dann wieder sehen, wie Kimiko und Yuide agieren. Nichts gegen die beiden, aber das war einfach in dem Moment nicht das Spannendste. Und es war eine... Also du meinst jetzt komplett die ganze Szene in dem Labor, du meinst jetzt nicht eine konkrete oder das finale gar... Das ganze im Labor, großartig. Also ab dem Moment, wo die Aufzugtür aufgeht, bis zu dem Moment, wo er dann im Aufzug steht und lächelt und ein bisschen besudelt ist, nennen wir es mal so. Genau, denn er hat da viele Erkenntnisse und wir haben die Origin. Jetzt frage ich mich doch, lass mal so generell mal über Homelander sprechen. Toller Typ. Was ist das eigentlich für eine Figur? Was wissen wir von dem? Wollen wir, dass der auf unsere Hochzeit spricht? Oder unsere Tochter datet? Wollen wir das? Keine Ahnung. Also das ist halt so ein Dude, bei dem ich lange nicht so genau wusste, worauf läuft es eigentlich hinaus? Und er ist ja schon noch ein Stück weit irgendwie getriebener beziehungsweise Opfer. Er ist scheinbar, und das sehen wir hier in der Szene ganz gut, er ist, also die wollten wirklich ganz genau rauskriegen, was der eigentlich alles aushält. Die haben den beim lebendigen Leib verbrannt und obwohl die Haut nicht geschmolzen ist, hat er trotzdem mit Schmerz gespürt. Der ist unter enormen psychologischen, psychischen Stress gesetzt worden und da wirklich Fachmenschen haben dort Hebel angesetzt, um ihn halt dieser, dieser Sucht nach Liebe, möchte ich es mal nennen, die er zum Beispiel auch mit Milch scheinbar in irgendeiner Form kompensiert, das ist zu geben. Da geht mir vieles trotzdem nicht raus hervor. Ich bin kein Psychologe, vielleicht hängen Dinge zusammen, die ich nicht erkenne, aber ich frage mich dann schon. Er erkennt jetzt zum Beispiel in den letzten Folgen ja auch, dass er älter geworden ist. Er hat scheinbar graue Haare hier und dort an verschiedenen Körperstellen und er möchte in irgendeiner Form eine Art Ehre weitergeben an seinen Sohn Ryan. Jetzt hat Ryan da vielleicht andere Vorstellungen, was ihn ein bisschen irritiert. Er ist generell von Widerworten irritiert, weil er das einfach nicht kennt und da frage ich mich so ein bisschen, ob das alles mit dieser Zeit in diesem Labor zusammenhängen kann oder ob da eigentlich nochmal deutlich mehr kommen muss und ob eine Serie wie The Boys diese Fragen alle beantworten kann. Das denke ich nämlich nicht. Ich frage mich, ob das ähnlich wie beim Joker zum Beispiel überhaupt so sinnvoll ist, dieser Figur The Homelander so viel Background und so viel Detailverliebten Background zu geben oder ob man da nicht eigentlich besser bedient gewesen wäre, das ein bisschen kryptischer zu gestalten. Da bin ich mir sehr, sehr unsicher und das ändert nichts daran, dass ich denke, dass wir hier eine ganz tolle Charakterstudie sehen von einer Figur, die sich wahnsinnig entwickelt. Es hat vorhin verschiedene Stadien aufgezählt davon, wie die Figur sich entwickelt hat. Ich frage mich nur, ob dafür The Boys nicht vielleicht die falsche Plattform ist. Was ich halt interessant finde, ist, du hast ja Ryan und du siehst ja bei Ryan gerade, dass ja ein guter Einfluss auch eine gute Auswirkung hat. Und ich habe es so verstanden, dass wir jetzt halt eben, also in Folge 3 haben wir gesehen, dass Ryan noch nicht aufgegeben ist. Das heißt, du kannst Ryan noch zu einem guten Menschen erziehen. Und bei Homelander hast du halt gesehen, was passiert, wenn du das nicht machst. Weil der wurde ja wirklich seit deiner Geburt darauf trainiert, du bist der Stärkste, du bist der Beste, ja. Es gibt sogar in der ersten Staffel Szenen, die wurden immer leider rausgeschnitten. Da siehst du, wie ein junger Homelander wirklich aller Glock, Glock, Glock Orange mit so Bildern von Amerika und Jesus so gefüttert wird quasi, damit er weiß, was wichtig ist. Ach ja. Also, ich, für mich ist halt Homelander und Joker, ja, aber irgendwie beim, ich finde halt, dass der Joker psychologisch dann noch mehr dunkle Stellen hat, mehr weiße Flecken auf der, auf der Seelen dann gerade das nächste Mal. Und Homelander hat das nicht. Ich finde, dass sie jetzt hier schon relativ deutlich gemacht haben, was bei ihm schiefgelaufen ist und was für ein Typ das ist. Für mich ist klar, Homelander ist kein geborener Psychopath oder Soziopath. Der wurde dazu gemacht. Der hätte, glaube ich, schon Chancen gehabt, ein netter Typ zu sein. So ein bisschen wie, um mal unsere Game of Thrones-Fans mit ins Boot zu holen, so ein bisschen wie Joffrey. Ja, Joffrey wäre, glaube ich, echt ein netter Kerl gewesen, wenn er bei der Erziehung nicht so versagt worden wäre von seinen Eltern. Hingegen ein Ramsey Bolton, dabei war klar, der ist einfach der geborene Psychopath. Der macht das aus purer Freude und ich glaube, bei Homelander, den wirst du nicht mehr umändern können jetzt. Ich meine, das ist, glaube ich, vorbei. Aber ich glaube, dass uns Beuys schon zeigt, dass der große, der wirkliche Bösewicht, das hat er im Wort, dieser Konzern, ist der große Bösewicht und nicht Homelander. Der die Speerspitze des Kapitalismus ist und damit der Menschheit und deswegen natürlich Böse alles und so. Ja, aber das stimmt grundsätzlich in allem, was du sagst, natürlich zu, wem auch sonst. Ihr habt das gesehen bei Stormfront. Als Stormfront eine Person, die plötzlich in sein Leben kam, die mithalten konnte, die ihn herausgefordert hat, sowohl auf physische als auch auf intellektuelle Art und Weise, als die plötzlich kaputt war, als sie irgendwie dann nur noch so ein, eben stark verkrüppelt da im Bett lag und so. Das hat ihn schon sehr mitgenommen. Das, denke ich, ist ein Moment gewesen, wo wir auch gesehen haben, wie sich die Figur Homelander verändert hat und ja, okay, wir sehen hier zum Beispiel, wenn A-Train dann auch durch diese Wohnung streift und da dann auf der Suche nach dem Compound V ist, sehen wir auch so ein Bild von ihr mit ihrem Ex-Mann NS-Zeit und hast du nicht gesehen. Also es spielt immer noch eine Rolle. Ich glaube, das war auch so ein Moment, wo Homelander ein bisschen was für sich mitgenommen hat und noch ein Stück weit mehr verzweifelt ist. Also wir sehen ja eigentlich eine Figur, die ihr ganzes Leben hinweg durch die Bank weg nur verzweifelt und immer nur Rückschläge erleidet. Auch ein bisschen getrieben dadurch, dass sie ja physisch so extrem überlegen ist. Und das ist mal ein ganz interessantes, eine interessante Milieustudie, keine Ahnung, also Charakterstudie halt. Das finde ich spannend, das habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Also wie gesagt, ich habe vorhin von dieser Injustice-Comic-Geschichte erzählt, das ist quasi dasselbe in grün, aber weniger auf die Figur Superman fixiert. Und die haben halt sehr viel mehr diesen inneren Blick, auch diese Monologe, die er führt, wenn er eben in diesen B-Spiegel-Box oder diese drei Persönlichkeiten hat oder vier Persönlichkeiten. Das finde ich schon ganz spannend. Ich frage mich nur, ich wiederhole mich da, ob sich The Boys damit nicht vielleicht ein bisschen überhebt, ob das nicht vielleicht die falsche Plattform ist. Andererseits hätten sie das nicht, wäre es einfach ein langweiliger, böser Dude, der rumfliegt und alle kaputt strahlt. Insofern ist das vielleicht dann doch die richtige Plattform. Ja, ich finde es halt einfach, also einfach toll umgesetzt hat in der Folge, weil er spielt ja mit, also es ist nur so ein bisschen wie so eine Katze, die mit einer Maus spielt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber er kommt da rein und ich wusste eigentlich sofort, okay, entweder ist der Kuchen vergiftet oder sonst was, aber da wird keiner auswählen, wenn er nicht rauskommt. Das war irgendwie klar. Absolut, das endet böse, genau. Und er macht das ja auch so perfide, weißt du, er fängt ja damit an, dass er dem einen Typen mit dem schübelt, der Basketball, also nehmen sie irgendwie so Papier zerknüllen und so eine Tonne werfen und dann erzählt er die Geschichte und man, also ich konnte ihn ja auch verstehen, wenn er, du hast es ja schon erwähnt, dass er dann erzählt, ja und dann habt ihr mich in diesen Ofen gesteckt und selbst bei 1000 Grad wurde meine Haut nicht schwarz, aber das hat trotzdem wehgetan. Und man merkt ja auch, dass er so ein bisschen mit sich kämpft und man merkt auch, dass die Leute merken, scheiße, das geht hier gerade echt in eine Richtung, die nicht gut für uns enden wird. Und er wechselt immer so, also das, so muss ich dem Anthony Star auch mal wirklich hohes Lob aussprechen, wie er das spielt, das ist so großartig, weil er changiert immer so zwischen, dass ich mir denke, armer Kerl und boah, was für ein kranker Psychowichser. Ja, und er tötet den Ersten dann und dann kommt diese Geschichte mit dem Onanieren, was auch krass ist, dann hast du halt die Szene, wo er dem Typen den Penis weglesert, wo man natürlich auch wieder sagen muss, muss es jedes Mal der Penis sein, aber gut, ist halt The Boys, das gehört einfach dazu, zur DNA, dieser Sache. und dann kommt ja diese Szene, wo diese ältere Wissenschaftlerin, ich glaube Finley oder Findley heißt die, ähm, kommt und wo man kurz, also ich zumindest, kurz dachte, okay, die hat den in der Hand, weil jetzt hast du dieses Moment so, du willst doch was von mir, du willst doch meine Liebe, ja, und ich finde, Augenhöhe, das Thema Augenhöhe war da wieder da. Genau, und dann gibt es diesen einen Moment, wo sie sagt, können wir bitte kurz zu zweit in meinem Büro reden und er dann ganz kurz inne hält und ich dachte, okay, die hat den und dann aber er so, nein, nein, ich möchte, dass wir es in meinem Büro besprechen und ich finde, es sagt halt auch echt viel aus, dass er zwar jetzt über sich hinausgewachsen ist und er quasi die Regeln aufgestellt hat, die sind in einem Spiel, aber sie lebt ja immer noch, dachte ich und dann habe ich mir überlegt, was macht er mit ihr, ja, am Ende sehen wir, dass sie allein, was heißt, sie in diesem roten Raum ist, oder der Raum mit der roten Tür und alle darin sind tot und sie ist die Einzige, die lebt und sie wird da vermutlich auch nicht rauskommen und ich glaube irgendwie, dass Homelander hier so den, nicht vielleicht den finalen Schritt gemacht hat zu seiner Entwicklung, aber schon eine wichtige Entwicklung jetzt getan hat und ich glaube, der Homelander, den wir jetzt sehen werden, der könnte vielleicht sogar noch gefährlicher sein als früher. Ja, aber zwei Punkte genau dazu, zum einen, stell dir mal vor, du bist diese Laborleiter, du weißt, du kommst jetzt hin, in den Keller, zu Homelander, von dem du mehr weißt, als der Rest der Menschheit und du weißt genau, wenn du Glück hast, schaffst du es, dein Team zu retten, aber du stirbst auf jeden Fall und das Ergebnis ist genau das Gegenteil davon, alle außer ihr sind tot. Das ist eine Situation, da muss man schon noch sagen, Respekt, dass sie da nicht heulend den Faschloch runterfährt, das hat sie echt gut gemacht, also das fand ich einfach so, aus der Perspektive mal ganz interessant, die hat sich quasi ihrem Schicksal ergeben. Aber das ist doch ein Fall, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, also sie kam halt rein und wie gesagt, das ist nur meine Interpretation, weil sie es nicht sagt, aber ich hatte am Anfang echt so das Gefühl, dass sie auch schon das so weiß, okay, das ist Homelander, ich weiß, wie ich den zu handhaben habe und wenn ich jetzt sage, stopp, dann hört der auch auf, so kam es mir halt vor. Also vielleicht hat sie das gehofft, vielleicht war das ihr Plan, aber ich glaube, wir als Zuschauerinnen wissen es natürlich besser. Ihr wird dann auch klar gewesen, dass es irgendwann aufhört und was halt auch krass ist, weißt du, dann sagt sie ja, bitte erlöse ihm, also den Typen, den er den Penis da weggelegt hat und dann ist es ja auch so, dass er ihn nicht irgendwie töte mit dem Kopfschluss, sondern ihm das Gesicht halt so mit dem Stiefel zermatscht und so hat es schon, es ist schon echt krass und es ist immer noch, also ich mochte die Szene, weil sie auch so Genres verbannt. Es gab Momente, die haben sich angefühlt wie ein Horrorfilm, es war immer spannend wie ein Föller, es war stellenweise auch schwarzhumorig komisch, das muss man auch ganz klar sagen, aber es war schon so, dass The Boys da auch gezeigt haben, wir sind halt super blutig und oft auch garstig in so einem übertriebenen Level, dass man es nicht unbedingt ernst nehmen kann, aber ich fand trotz dieser Übertreibung war diese ganze Szenerie da in diesem Bunker echt sehr, sehr ernst. Ja, aber dann der zweite Punkt, auf den ich hinaus wollte und das geht wieder mit dem einher, was du gerade gesagt hattest, er hat ja am Ende der letzten Folge in diesen Spiegel gehauen, jetzt mal wiederhole ich die Szene und dann geht es quasi darum, hier, geh mal zu diesem Ort, geh dahin, wo alles angefangen hat, um deine Antworten zu finden. Was für Fragen hatte er sich in dem Moment gestellt? In dem Moment ging es doch ums als werden ums Hinterlassen von Dingen um seinen Sohn und dann ist die Antwort darauf, okay, wir gehen jetzt in dieses Labor und in diesem Labor hinter der roten Tür ist vielleicht was, war halt nichts, es geht also generell nur darum, wie seine Zeit in diesem Labor gewesen ist und dann ist die Antwort auf alle Fragen, auf die Frage, was hinterlasse ich eigentlich in diesem Leben, letztlich die Selbsterkenntnis, na okay, eigentlich will ich auch nur geliebt werden und, weiß ich nicht, war ein bisschen viel nettes Blut dabei, also sehr ansiedlich und Spaß gemacht und so, aber ist das alles? Aber was er ja erkennt und was er ja erlernt, das ist ja, glaube ich, der Reveal, dass er diese, 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 ähm, jetzt hört mir das Wort, diesen Drang dazu, dass er unbedingt diese Anerkennung haben möchte, diese Liebe, ja, diese menschliche Liebe, das wurde ihm ja antrainiert. Bedürfnis. Also für ihn ist glaube ich jetzt einfach, dass er gemerkt hat, ey, wisst ihr was, diese, diese, diese Anerkennung, diese Liebe, die brauche ich gar nicht. Ich meine, es ist, es hilft mir natürlich weiter, wenn die Leute mich lieben oder mich mögen, dann helfen sie mir natürlich mehr, aber letztlich scheiß drauf. Also das ist jetzt, das, was ich daraus lese. Ich weiß nicht, was in der fünften Folge passiert, das wird, wie gesagt, spannend werden. Ähm, ich, ich wäre enttäuscht, wenn es jetzt darauf hinaus laufen würde, dass, dass er einfach nur sich rechnen möchte an den Sachen, die mit ihm passiert sind. Ja, das ist okay, ich halte die Autoren schon für fähige Leute. Ich glaube, das ist, das ist eine sehr wichtige Episode jetzt in der Entwicklung von Homelander gewesen. Ich glaube, dass die sehr entscheidend wird, sein wird für das, was er jetzt noch tun wird. Hoffe ich zumindest. Wenn es jetzt wirklich daraus hinausläuft, dass er einfach ein Arschloch ist und einfach die Typen, die ihm das, die Kinder versaut haben, jetzt weggelesert hat, dann wäre ich enttäuscht. Ganz ehrlich. Aber das werde ich erst am Ende der, dieser Staffel dann, glaube ich, herausfinden. Am Ende dieser Staffel, das ist also, wenn ich richtig verstanden habe, wir haben ja acht Folgen in dieser Staffel, richtig? Genau, also wir haben jetzt dieses, nach diesem Recap noch vier Recaps, genau. Das war quasi die Staffelhalbzeit und ich freue mich doch sehr, was da noch auf uns zukommt. Vielleicht können wir noch so ein bisschen spekulieren am Ende dieser Ausgabe. Ich würde mich freuen, wenn, also ich persönlich, ich halte es für nahezu ausgeschlossen, weil es zu absurd ist, aber ich fände es schon schön, wenn MM, also Mother's Milk und dessen Geschichte und wohlgemerkt, nicht nur das mit seiner Ex-Frau, sondern vor allem das mit seiner Mutter, weil es halt irgendwie ganz cool ist, wenn das nochmal eine Rolle spielen würde. Ich fände es cool, wenn Yuji's Vater nochmal irgendwie eine krasse Superheldenfähigkeit bekäme und ansonsten hoffe ich einfach auf ein tolles Showdown, auf einen tollen Showdown am Ende der fünften Staffel. Das sind meine Wünsche für die Zukunft. Wie sieht es bei dir aus? Kann ich mich, glaube ich, nur so anschließen. Also ich finde, dass die Folge jetzt die Weichen gestellt hat für eine sehr interessante und hoffentlich auch starke Zukunft und wenn es so weitergeht, dann kann ich sagen, dass The Boys mit einer der stärksten Serien von Amazon bleibt und weil ich überlege gerade, ich glaube, es gab für mich bislang keine Staffel, die für mich jetzt wirklich als besonders schwach sich herausgestellt hat und ich habe ja die Theorie, dass gute Serien immer so mit der dritten und viertel Staffel richtig gut werden und vielleicht, sagen wir in knapp einem Monat, dass The Boys Staffel 4 richtig hammermäßig war. Also die Chancen stehen gut. Ja, wieder ein Highlight, das mich sehr gefreut hat. Ich denke auch, dass zum Beispiel die Fallout-Serie kommt bei vielen ja auch sehr gut an. Da habe ich noch ein paar Folgen vor mir. Bin ich auch sehr gespannt, was da noch passiert und ich freue mich doch sehr, dass wir hier dieses Recap-Projekt in Angriff genommen haben, lieber Stu. Ich denke, dass wir hier mit locker fast 1,45, nicht ganz, da auch schon ziemlich weit sind und bin auch sehr gespannt, wie lange wir die Folge 5 besprechen werden. Und ansonsten, ja, tele-stammtisch.de lass krachen, Stu ist der Beste und bis zum nächsten Mal. Jo, ich sage einfach nur auch noch Tschüss und muss ich noch, es tut mir leid, ich bin normalerweise gewohnt, dass ich moderiere und am Schluss immer diese ganzen Tele-Stammtisch-So-So-Aufsage, aber du hast das ja heute schon alles schon perfekt innerhalb des Recaps integriert, ne? Smart, oder? Es ist so fucking smart einfach. Okay, dann sage ich auch nur noch vielen Dank, Chef Andi, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.